Es geht los! Wir spielen DOS aber super hart! Meine Freunde, es geht absolut wild heute! Voran 600 Zuschauer, die schon warten auf den Big Stream heute. Ich sag nur eins, Hashtag Betrug in die Chatbox. Meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen! Ich freue mich, dass ihr da seid. Macht mal Lärm! Lasst mal ein Like für diesen super geilen Stream da. Und falls ihr das im Nachhinein seht, Leute, Hashtag Hardcore in die Kommentare. Es geht heute los, Digga. Wir werden uns den Super-Hard-Mode in Roblox-Stores reinziehen. Heute ganz spontan habe ich noch einen dritten Livestream aufgesetzt. War schon stressig mit zwei, aber jetzt kommt einfach noch ein dritter dazu, weil ich muss, ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Ich muss es heute unbedingt gamen. Ich habe sehr, sehr Bock. In Roblox-Stores haben wir genau 12 Uhr, wie man sehen kann. Ich mache es mir hier mal kurz bequem. Leute, wie geht es euch? Ich werde noch mal schnell den Chat in den Stream einfügen. Da seid ihr alle schon. Und ja, wir werden heute nicht lang fackeln. Wir machen später noch ein Community-Game. Der Stream wird auf jeden Fall etwas Zeit in Anspruch nehmen. Und wir werden uns anschauen, was Phase ist. Leute, seid ihr bereit? Digga, ich bin richtig ready. Wir gehen rein. Super-Mode, let's go! Oh, ich habe gehört, es gibt Probleme, Lags und so. Ja, also wir schauen mal einfach, was passiert. Der Super-Hard-Mode in Roblox-Stores. Und die Tür ist sogar anders. Digga, crazy. Oder was? Die Server sind alle broken, sagt jeder. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt reinkommen. Wir werden es sehen. 800 Zuschauer sind schon da. Hallöchen erstmal. Ähm, gestern haben wir, äh, 1000 Run gemacht. Absolut geisteskrank, wie Bobby Gaming das Ding durchgezogen hat. Und jetzt, äh, werden wir, werden wir ingehen, Digga. Ich, ähm, ja, wir werden sehen. Kommen wir überhaupt rein? Ich weiß halt nicht. Es lädt halt irgendwie ziemlich lange oder so, ne? Kann das sein? Lass mich mal schauen. Ich muss mal was gucken. Wie viele Leute spielen denn Roblox-Stores? Wie viele zocken das grad? Lass mich mal sehen. Wo ist das Game? 182.000 Spieler! Jetzt gerade! Ey, Bro! Das ist einfach meine ganze Stadt sechsmal. Hä? Bruder! Es geht nicht rein, ne? Es geht nicht rein. Okay, ich hab schon ne kleine Idee. Wir werden immer mal wieder den Server loaden. Ich denke, die haben einfach noch nicht genügend, ähm, Server für die ganzen Leute parat. Oh, das lädt schon sehr lang. Wir werden immer rejoinen. Das müsste eigentlich klappen. Es ist jetzt schon, es ist jetzt schon gottlos, Digga. Also, das hab ich nicht erwartet, dass jetzt, äh, du musst mal überlegen. Der Entwickler macht zum 1. April ein Super-Hard-Mode hier rein. Ich weiß nicht, was der bringt. Aber wir müssen natürlich gucken, ähm, aufpassen und, äh, ja, wir schauen einfach mal. Und ihr seht schon, also selbst auf den privaten Server zu kommen, dauert ultimativ lange. So, wir sind drin. Das hat schon mal geklappt. Wenn jetzt ein paar Leute gestorben sind, vielleicht jetzt grad und wir direkt reinlaufen in den Fahrstuhl, vielleicht klappt's dann. Wir gucken rein. Server is broken, sagt ihr. Server is broken, wir gucken. Ey, ich muss sehen, was da drin ist. Sieht gut aus. Ich hab 15 Leben eingekauft. 15 Leben. 6.000 Münzen hab ich. Gestern haben wir durch Run ordentlich, äh, gezündet. Wann fängt's an? Lena, Sarah, was, was soll ich sagen? Hard-Mode ist nicht leicht. Echt nicht, Adi? Ich dachte, der Hard-Mode ist komplett easy. Herzlich willkommen in der Familie. Melanie Janz, dankeschön für deinen verschenkten Sub. Und sie fragt, wie es mir geht. Oh, Freunde? Geht's rein? Bin ich drin? Ich bin drin! Was? Ich kann ein Einwischen kaufen? Hallo. Nee, oder? Da ändert sich was. Geht mir... Kannst du lesen? Du kannst dich kriegen. Geht mir Night Vision! Das tut weh! Hör auf, mich zu drücken! Geht mir die Night Vision jetzt! Lol! Was passiert da? Alright. Ich hab bald keine Emotions mehr. Kannst du jetzt aufhören? Nein! Ich will die Night Vision haben! Ich bin nicht sicher, was ich erwartet hab. Was auch immer. Hab Spaß, ich geh ins Bett. Hä? Er schläft. Digi? Night Vision bitte? Kommt nix mehr, ne? Er schläft jetzt, oder? Oh! Hat sich wieder geändert? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Die Punkte werden länger. Ich klicke hier so lange rauf. Es ist mir völlig egal. Ich will jetzt die Night Vision haben. Der denkt, ich mach das nicht, ne? Der denkt, ich geh jetzt. Was ist... Kann man die... Kann man die wirklich kriegen? Okay, Moment. Ich geh rein. So. Was wartet auf uns? Das Hotel. Ja. Bruder. Hä? Bro! Oha, wie viel Gold liegt hier direkt? Digga, auch schmatz. Oh, 200! Gleich am Anfang. Hallo? Hallo? Was ist denn hier los? Okay, wir gucken mal. Dankeschön für 2 Euro. Vielen, vielen Dank an FluffyTags. Und der Sternspieler auch mit 2,50 Euro. Das hab ich nicht gesehen. Tut mir leid. Nein, FluffyTags. Nur Leute, die verifizierten. Da war ich keine Ausnahme. Ne Dono. Ähm. Ist nett gemeint. Was war denn das grad? War das grad Greed? Okay, hier ist der... Zimmerschlüssel. Warum ist das direkt die zweite Tür? Da stimmt doch was nicht. Welche Tür haben wir hier? Nummer 1? Und... Der Schlüssel... Leute! Der ist doch Sass, oder? Der Schlüssel ist doch Sass, oder? Nimm den Schlüssel, Christian. Ich truste dir nicht, Bruder. Warte mal. Hier gibt's doch locker einen Schlüssel irgendwo. Das ist der für den Room 2, ne? Ich bin nicht blöd. Ich bin nicht blöd. Ich sag, wie's ist. Spinnenweben. Waren die vorher schon da? Digga, es gibt keinen Schlüssel. Muss ich den echt nehmen? Nein, Bro. Save nicht. Okay. Die Uhr schreitet voran. Das Bild hier auch nicht. Null! Was passiert, wenn ich den Schlüssel nehme? Das ist der Einser, oder was? Tatsächlich. Okay. Das ist schon sehr big. Das ist schon sehr big, Leute. Das ist ja... Das ist ja interessant. Okay. Okay. Gar kein Bock. Tür auf. Chillig. Oh, was? Eis? Direkt in... Bro. Was? Was geht denn hier ab? Bananenschein? Hä? Hey! Oh mein Gott. Ich krieg Leben abgezogen. Oh no. Hell no. Nein. Das kannst du nicht tun. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Spiel wird so... Nervig, Digga. Oh mein Gott. Wenn du gegen Sieg läufst und die Bananenschalen da liegen, oder was? Nein. Du kannst davon sterben. Ich hab's gesehen. Ist nicht gut. Dritte Door. Was ist das für ein Modus hier, hä? Profi ist jetzt da. Ich nehm Kohle mit, Digga. Ich loote dich rein. Ach. Was? Rush! In der vierten Tür. Digga, wie schnell bin ich aus dem Schrank raus? Hallo? Was soll das? Oh Gott. Greed wird größer. Oh nee, Leute. Ich hab ein ganz ungutes Gefühl bei dem Game, ne? Ich hab ein ganz ungutes Gefühl bei dem Game. Da liegen so viele Bananenschalen. Das ist doch ein April-Scherz, oder? Kommt da jetzt wieder jemand? Bro! Was ist das denn? Rush zum zweiten Mal direkt? Oh Gott. Alter. Digga, troll mich mal nicht. 700 München haben wir. Was ist das denn? Da leuchtet was? Was leuchtet da hinten? Dietrich. Wir können Dietrich hier benutzen. Auf Chillig. Pfff. Was? Nein. Hä? Nein. Ey, welche Tür ist die richtige? Ich bin komplett geliefert, wenn jetzt hier Dupe oder so ist, ne? Weil ich nicht weiß, was der macht. Okay, die Tür ist schon kaputt gegangen. Dankeschön. Erstmal für deine Tone. Fluffy-Text, bitte lass das, bitte lass das sein. Ich kenn deine Videos nicht und für Donos mach ich das auch nicht, mein Bester. Bitte nur ne Dono machen, wenn du meinen Kanal supporten willst, ja? Antje Zimmer. Vielen, vielen Dank. Auch erstmal nochmal für 3 Euro und für 1 Euro Dankeschön. Crazy. Okay. Also bisher sehr... Kommt jetzt nochmal. Ungefähr oft packen die Rush hier rein. Digga, was ist das? War das gerade ein goldener Rush? Nee. Als Maul. Tür 12. Ich muss mitzählen. Mein Feuerzeug ist aus. Krise. Bruder, Krise. Was ist das für ein Trank, den ich damit gen... Hä? Eine heilige Granate? Nein. Ich nehm den Trank. Ich hab einfach Schild bekommen. Hä? Hä? Leute, es kann nicht sein, dass wir 1200 Zuschauer sind und ihr 466 Likes reingedrückt habt. Wollt ihr mich trollen, Mann? Ist das heute Hardcore-Stream-Mode oder was? Oh ne, ne? Es wird so richtig unbequem, Digga. Zieh dich, Digga. Okay, es hat geflackert. Es klopft so an der Wand. Was ist denn die heilige Granate? Bro. Das Game ist Expert-Mode. Aber auf dem ganz anderen Niveau. Expert-Mode. Fluffy-Tags. Danke nochmal für 3 Euro. Reicht für heute, oder? Du bist der Beste. Ich habe Google-Exe gefeiert. Bro, ich muss mich konzentrieren. Google-Exe gefeiert. Freut mich auf jeden Fall. Danke dir, Brudi, für 3 Euro. Ich weiß nicht, was hier geht, aber... Digga, der Greed. Der Greed ist real. Ich muss sehr, sehr vorsichtig sein. Ich nehm mal die... Ich nehm mal das Licht so ein bisschen. Ich liebe deine Videos. Haben wir zwei Türen? Oh, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Tür 17. Ist schon schwieriger. Was hat hier geatmet? Oh! Mein Lapp ist gleich aus. 19. 19er Door. Mein Lapp ist gleich aus. Digga, noch einen Trank. Digga, es gibt einfach Schildtrank von Fortnite, oder was? Ne heilige Granate. Was kann ich damit machen? Ich habe kein Licht mehr. Bro, hier ist alles dunkel. Was kommt da hinten? Seht ihr das? Digga! Wow. Oh, Junge, hier sind so viele Monster, man. Ich fühle mich hier einfach nicht mehr... Oh, Digga, was? Oh, Junge, noch eine heilige Granate? Ich habe drei Stück. Ich zünd eine. Ich zünd eine. Meint ihr, die ist gefährlich? Ich gucke erst mal in den Schrank. Oh, nee, ne? Bro, das Game macht mir Angst. Das Game macht mir Angst. Das Game macht mir richtig Angst. Es ist alles dunkel. Hier, ich habe mich einmal eine Batterie für die Taschenlampe gefunden und sie ist fast leer. Ich bin full live, full shielded anscheinend. Wofür ist das? Äh, okay. Wir gehen weiter rein, Leute. So, das kann nicht sein. Komm. Also, 1000 Likes heute mindestens. So. Hab geschrieben. 1000 Likes oder ich gehe 99 direkt auf. Wie weit sind wir eigentlich? Ich weiß nicht mehr. Was ist das für ein Bild? Theory. Okay. Ich spiele extra, gerade mal ohne Musik. Ich muss mich erst mal ein bisschen mit der Situation hier abfinden. Und ich bin full live, Leute. Full shielded. Okay, sehr gut. Digga. Wie viele Eis sind denn hier drin? Das ist locker schon das 20. Mal oder so. Ich höre ihn schon. Oh, Bro. Bro, das ist not cool. Das ist not cool. Bitte gönn Taschenlampe. Ey, hier ist nichts drin. Hier ist einfach nichts drin. Oh, oh. Digga. Wie groß der ist? Rudi, mach entspannt. Okay. Es geht um das Gold. Greed kommt nur, wenn ich viel Gold sammle. La, 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 la. Door 33. Sie kommt auch gleich. Luffy Tags. Danke nochmal. Leute, ich habe gerade so gut zu tun hier. Es ist ekelhaft. Okay, ich habe ein bisschen Licht. Ich brauche dringend eine verdammte Batterie. Ich brauche... Oh, oh. Ich gucke schon automatisch nach unten. Ich gucke schon automatisch... Oh nein, wir müssen in den Keller. Ich muss in den Keller, oder? Oh nein, wir müssen in den Keller, oder? Digga, ich bin so broke. Ich bin so broke, Mann. Jetzt muss ich auch noch in den Keller rein. Es ist einfach... Oh, nee. Okay, das hat gut geklappt. Die können wieder nach oben. Kommt der Zeke? Ich muss bis Fika safe heute schaffen. Safe. So, also das ist immer mein Ziel für den ersten Run. Oh, Junge. Hier stürzt aber auch alles ein. Ich finde immer noch keine Taschenlampe. Hat irgendjemand von euch schon geschafft, das Game? Wer hat schon 300 gepackt? Oh, die Kerze ist gleich aus. Tür. Oh Gott, Tür 37. Scheißig. Ich bin bei Seek. Ich bin bei Seek. Ich habe so viele Items. Zünd heilige Granate. Ich werfe auf Fika, okay? Was? Als ob, Digga. Er ist in einem Auto. Seek ist in einem Auto. Hä? Nein. Nein. Junge, wie schwer ist das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. War das. Digga, was ist da gerade passiert? Sieg in der Scheißkarre, Mann. Oh nee, ey. Oh Gott. Ich komme nicht mehr klar, Mann. Eine Taschenlampenbatterie. Oh, so wichtig gerade. Ich habe eine heilige Granate. Ich will die testen. Ah! 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 Ich habe einfach Seek ausgelöscht. Ey, ey, Eis, Digga. Hä? Oh, oh. Okay. Also, heilige Granate. Absolut OP. Ich. Welche Door bin ich? Nein. Nein! Nein. Nein. Ich weiß nicht mehr, welche Door. Ich weiß nicht mehr, welche Door, Chad. Ihr müsst zurückscrollen. Ich habe Angst, was passiert, wenn wir durch diese Door hier gehen. Durch eine falsche. Das ist doch... Okay, hier dürfen wir schon mal nicht durch. Hört ihr das? Ich muss Akku wechseln. Bitte. Geht zurück. Durch welche Door? Ich muss einmal Akku wechseln. Oh mein Gott. Ist dieses Game interessant. Fluffy Tags, ich antworte dir gleich in Ruhe, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war völlig desorientiert. Ich habe gerade so viel Leben verloren. Rauf zu nerven, du stinke Bolzen. Oh mein Gott. Danke erstmal für... Ich glaube 10 Euro waren es mittlerweile. Bro, ich bin absolut am sweaten in dem Game. 45? Muss ich durch die 45. Door? Habt ihr zurückgeguckt? Oder muss ich durch 46? Karo? Karo, hast du geguckt? Es gibt nur noch 49. 49, 48, 47. Es ist nicht die 45. Door. 48, 49. 47. Welche Door? Welche Door muss ich rein? Digga, bitte. Digga, bitte Chat. Ich gucke erstmal. Ich gucke erstmal noch ein bisschen Loot. Ich gucke noch ein bisschen Loot. Alter, was geht denn hier ab? Pfff, 48. Ich habe geguckt. Du hast wirklich geguckt? Ich truste. Ich truste. Es ist die 48. 49. 49er Door. 47. 48. Door? Welche Door muss ich gehen? Ich weiß es nicht. Es ist... Oh, Leute. Mann. Ich glaube, es ist die 47, oder? Ich muss kurz überlegen. 47. 47. Okay. Also nicht durch 48. So, wir haben hier die 48. Ich muss durch die 47. Door. Mein Mod hilft. Ich mache... Oh mein Gott. Ich bin tot. Caro. Was ist das denn? Digga. Ich kann mich wiederbeleben. Ey. Ihr seid so ne Dullis, Alter. Ihr seid so ne Dullis. Kriege ich meine Sachen wieder. Digga. Ihr habt mich einfach durch die Door... Pfff. Ey. Zu... Okay. Ich hab mein Stuff wieder. Immerhin. Es ist die 48er Door. Ich bin ausgerutscht auf ne Banane. 48er Door. Ich bin ja grad durch 47 durch. Das ist die 48er. 49 safe nicht. Absoluter Scam. 49. Ich bin bei Figa. Oh mein Gott. Okay. Okay. Krass. Okay. Krass. Ich hab mein Gold noch. Alles gut. Pflaster ist auch da. Alles gut. Ja, ja. Mach mal keine Welle jetzt, Kollege. Okay. Okay. Ich muss erst mal Donuts lesen. Fluffy Text schreibt. Könntest du mal erzählen, wie du erfolgreich geworden bist? Denn ich möchte auch größer sein beim Streamen. Das wär beste Bro. Guck dir einfach mal ein 100k Special an. Guck dir einfach mal meinen Kanal genauer an. Unter... Also unter Kanal About. Findest du sehr, sehr viel. Da hab ich meine Meilensteine reingedroppt und so. Ja. Das ist so mein Tipp. Der du mir bester Streamer. Fluffy Text. Vielen, vielen Dank. 1500 Zuschauer. Lasst alle Like da, wenn ihr... Okay, Ficka ist normal. Ficka ist ganz normal. Wer ist er denn? Ficka ist tot? Weg mit dir, Kollege. Easy. Wow. Oh mein Gott. Wir haben ihn einfach ausradiert. Bruder, wie krass. Oh mein Gott. Zu gut kann ich mich jetzt hier entspannt bewegen. Hä? Ist genau mein Ding, Leute. Ich guck mir mal den Plan erstmal an. So, ich hol mir mal ein paar Bücher hier. Okay, wir haben... Oh, Junge, hab ich fünf Bücher gerade gefunden. Tatsächlich. Was geht hier ab? What? Seit wann? Digga, was ist das denn? Was ist das denn für... Zehn Zahlen? Holy moly. Okay. Stell dir einfach vor, imagine, du hast keine Granate dabei. Du bist nicht so ein Waffenrüstmeister wie ich. So. Mit drei Granaten. Ey, sind die Granaten selten, Leute. Ich weiß ja nicht, ne? Bruder, du kannst mir nicht erzählen, dass ich das Ding jetzt hier durchgrinde wie sonst was. Okay, warte mal. Gibt's einen Erfolg dafür, wenn man das schafft? Gibt's einen Erfolg, Leute? Ist es confirmed? Wir sind hier, um zu gewinnen. Ich werde heute nicht offline gehen, wenn wir nicht Doors 100 geschafft haben. Call is call. Und wir kriegen sogar noch ein bisschen hier auf Schmatzerbasis. Digga, tatsächlich. Es hat ihn so rausgezündet. Digga, figger, einfach dead. Leute, game richtig easy bisher. Nein, noch gar nicht, Digga. Überhaupt nicht. Junge, wie viele Bücher? Okay, wir gehen mal weiter rein. Ähm, hier vielleicht. Da. Batterie gefunden. Auf, chillig. Auf, chillig. Okay. Wir haben einen Plan. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Das sind fünf, zehn, zwölf Bücher. Zwölf Bücher. Ich guck, Digga. Digga, Chat, ihr müsst mitschreiben. Chat, ihr müsst mitschreiben. Okay, pass auf. Pass auf. Eins ist der Stern. Eins ist der Stern. Das heißt, wir haben eine Acht. Zwei ist, zwei ist der Hund. Acht, neun. Acht, neun. Drei ist, drei ist, Drei ist das Viereck. Acht, neun, neun. Wir haben noch einen Quader. Ich gebe erst mal ein, Chat. Ich habe ja, ich habe ja alle Zeit der Welt. Acht. Junge, das schloss auch einfach. Hä? What the hell, man? Okay. Acht, neun, neun. So, das vierte, da haben wir ein Karo. Das ist noch mal acht. Das fünfte ist ein Mond. Das ist noch mal, noch mal neun. Lol, Alter. Das ist ja maximal schwer. Du musst ja die ganze Zeit durchdrücken. Okay, wir haben die erste Kombi oben stehen. Das passt. Wir gucken weiter. Ähm, wir haben die sechs. Das ist so ein Zackenstern. Den sehe ich hier aber nicht. Den sehe ich hier aber nicht. Ruhig. Das ist er, sieben. Der Zackenstern. Sieben. Oh, da war noch ein Buch. Gott sei Dank. So, was haben wir noch? Wir haben Nummer 7. Oh, das ist das umgedrehte... Warte mal. Da auf dem Plan steht eine 4. Bei dem umgedrehten. Gehört das dazu? Ich tipp's mal ein. Auf dem Plan steht eine 4, Leute. Also oben, ne? Wisst ihr? Oben steht eine 4. Ich tipp dir einfach mal ein. Ich hab jetzt keinen Bock, das Buch zu suchen. Ähm, dann haben wir die 8. Das ist ein X. Das ist eine 3. 3. 3 fehlt noch. Dann haben wir die 9. Das ist... Das ist das Auge. 3. Das Auge ist eine 7. 3, 7. Und dann haben wir das X. Das ist... Das... Oh, warte mal. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Moment mal. Moment mal. V11 haben wir ja schon. Und das ist die 7. Okay, warte mal. 7. Hier müssen wir nochmal eine 7. Das Ding ist eine 3. So, wir gehen weiter. Ähm... 9 ist jetzt das Auge. Das ist auch wieder eine 7. Also, Junge, Junge, Junge. Da bist du ja ewig drinne im Game. Und jetzt haben wir das letzte Symbol. Das ist... Äh... Das ist das X. Und das ist so ein... Seht ihr das? So ein Fünfeck. Aber das haben wir nicht. Ich guck mal. Vielleicht finden wir das Fünfeck. Wir schauen mal einfach. Ist hier irgendwo noch was? Da vorne. Da vorne. Chat. Hier. Fünfeck. Die 2. Entspannt. Bruder, entspannt. Wir sind durch. Oder? Wir sind durch, oder? Let's go, Alter. Digga, ich hab's geschafft. Yes. Wir sind durch. Wir sind durch. Oh, was geht denn hier ab? Oha. Alter. 500 für Kruzzi. Digga, Kruzzi-Wix geht mit. Digga, Biggie können wir auch einkaufen. Heilige Granaten. Oh, Skeleton Key nehmen wir mit. Heilige. Ich nehm alles. Alles. Komm. Und jetzt droppe ich dem nochmal ordentlich Kohle rein. Ich mach das Ding komplett voll. Von 560 runter. Ich bin mal gespannt, wann hier Max ist. Geht nicht mehr. 100 Gold sind Max. Okay, krass. Wir haben den Biggie am Start. Den zipp ich mir mal direkt rein. So, Half-Life voll. Wir haben Kruzzi-Fix dabei. Das müssen, da müssen wir vorsichtig sein. Und wir haben einen Skeleton Key. Das ist alles ein bisschen teurer gewesen als sonst. Leute, es geht weiter, ne? Rein geht's. Bob kann dich töten. Digga, ich fass die gar nicht an. Ich mach nichts mit denen. Ich mach da gar nichts mit denen. Hardcore-Mode wohl eher Funny-Moments-Mode. Und ich weiß auch nicht, Bro. Wir gucken. Hier ein 54er-Door. Oh my God. Ebbisch! Komm doch, du Hund! Komm doch, du Hund! Darf hab ich's gekauft! Dreck zwei raus mit dir aus der Map! Was willst du denn? Für genau den hab ich's gekauft! Für genau den! Das waren die besten 500 Gold, die ich investet hab in... Verdammt nochmal Roblox-Stores! Raus mit dem! Wer hat den reingelassen, Chad? Wer war's von euch? Wer war das von euch? Wer hat den reingelassen? Weg mit dem! Hund! Ich hab'n Schlüssel gefunden! Ihr wart das alle? Alle waren das! Ihr habt ihn alle zusammen reingelassen! Kommt mir nicht so! Kommt mir nicht so! Digger! Das Ding wird wild hier! Das riech ich doch schon! Freunde, wer glaubt dann, dass wir heute 100 Türen schaffen? Der lässt ein Like da, ne? Verdammt nochmal! Okay, ich hab' jetzt ein dickes Problem! Ich hab' Big Problem! Es war die 58. Tür, bin ich der Meinung! Und wenn wir jetzt die falsche Tür wählen, sind wir dead! Ich brauch' jetzt die Leute hier... Wir müssen nochmal gucken! Oh nein, es war die... Oh Gott! Ich kann nicht auf Pause drücken, oder? Ich kann nicht auf Pause drücken, oder? So, ich bleib' in der Nähe vom Schrank! Ich muss meinen Stream zurückgucken! Wir schauen rein! Was ist Phase? Ich muss einmal gucken, wie... Wo... Welche Doors sind wir reingekommen? Cheatcode, Leute! Cheatcode! Alten Stream gucken! Cheatcode! Da ist die Tür schon RIP! Da ist die Tür schon RIP! Da ist der Schlüssel! 56. Door! Netter Versuchsspiel! Netter Versuch! Aber ich hab'n Stream an! Ich hab'n Stream an! Nice try! Das Spiel knackt mich nicht! 57er Door! Da ist er oben! Oh mein Gott! Was war euer Rekord, Freunde? Erzählt mal! Das war die 58. Dann geht's hier nur noch zum... Zur 59. Door! Stimmt's? Oh nein! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Tube! Überall! Jede Door ist da drin! Ich muss noch mal gucken! Digga! Ich bin... Ich bin nervös, Freunde! Ich bin nervös! 1700 Zuschauer sind wir schon! Junge! Was geht denn hier ab? 56. Door! Das ist die 57. Ne? Stimmt's? Wir sind 56. reingekommen! Pfff! Glaube ich! Oh oh! Nervt doch nicht! Ich guck grad was! Okay Leute, ich muss einmal ganz kurz... Ich muss das Game im Blick behalten, weil es trollt mich auf allen Ebenen. Ihr müsst unbedingt mitzählen, Chat! Ihr müsst mitzählen! Ich muss mich auf euch verlassen! Gib mir einen kleinen Moment! Also, ich bin jetzt hier reingelaufen, dann hat der hier alles broke gemacht, aber warte mal, das war der Raum davor. So, das ist die 58. 50. Tür, das heißt, wir müssen in die 59. So nämlich. Oh, kannst du mal aufhören? Kannst du mal aufhören zu nerven, Mann? 59er Door. Jo, er ist einfach zweimal da. Alles klar. Bro, was ist denn das? Boah, Junge, ich hab das Gefühl, dass... Hallo! Nerv nicht! Was? Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh! Was glaubt ihr, Chat? Let's hit A-Rooms? Oder sind das die entspannten? Die entspannten A-Rooms. Ich... Wir gehen in Rooms. Wenn ich heute 100 Doors schaff, wir gehen da rein. Komm, mal wieder A-1000. Ist schon lange her, ne? Bobby? Ist schon lange her, Bruder, oder? War für dich gestern nicht, äh... Nicht, nicht unangenehm. So. Digi, ich seh da halt nichts. Bro, ich muss in den verdammten Keller, Mann. Und hier sind überall Bananen. Ich seh halt auch schon nichts mehr. Es ist so schwer. Ich krieg halt einfach nichts mehr von meiner Taschenlampe rein. So, und, ähm. Ich hätte sie halt einfach auch nicht so exzessiv benutzen sollen. Ich bin ehrlich. Es war dumm. Es war wirklich dumm von mir. Wir könnten halt A-Rooms gehen, aber... Ich will eigentlich das Game durchzocken. Wir müssen Ende sehen. Warte mal. Ich bin hier so hoch, ne? Genau. Ich seh halt nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Vor mir. Keine Batterien. Junge, da war einfach Timothy drin. Ich krieg so viele Tabletten reingechokt. 63. 63. Dort. Der Schrank schmeißt mich nicht mehr raus. Habt ihr es gesehen, Chad? 64. 64. Tür. Oh Gott. Oh Gott. 64. Tür. Ja, müssten wir helfen. 65. Dorr. Digga, wir sind in der Mad Bay. Wir sind in der Mad Bay drin. Das ist gut. Das ist gut. Oh, Freunde. Oh, ich hab ein Feuerzeug gefunden. Was passiert, wenn ich Skeleton Key nutze? Was passiert dann? Bin ich dead oder bin ich nicht dead? Was? Was geht denn hier drin ab? Digga. Bro. Digga. Was ist das denn? Full worth. Full worth. Let's go, Freunde. Wir sind nämlich big im Business jetzt. Heilige. Also, das war ja wohl gerade das Sexieste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ein Room voller Tränke. Bro. Aber ich hab das Gefühl, wenn du diese ganzen Tränke jetzt halt hast, wird's halt ultimativ eklig. Ey, warte. Ich kann mehr von denen mitnehmen. Ist das... Wie viele kann man denn Fortnite davon tragen, Leute? Die sind aus Fortnite, oder? Das sind Biggies, ne? Und Smalls? Du nervst. Du nervst. Du nervst. Zündung! Ich, das... Ich, das... Das ist so increased. Es ist so geil, das Game jetzt. Ich sag euch, wie's ist. Es ist sehr, sehr geil jetzt, das Game. Ich feier das ab nochmal, weil das so schwer ist, ne? Ich finde, das ist nicht ohne. Die endlich mal wieder Licht auch einfach. Oh, das ist nicht gut. Bro, war das knapp. Bro, war das knapp. Ich hab kein... Warte mal, Feuerzeug. Safe. Feuerzeug. Damit können wir Big looten gehen. Pst. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Wer ist das? My head, my head is gone, bruh. My head, my head is gone, bruh. Wer war das denn? Wer war das denn? Wer war das? Jeff, der Killer? Hä? Was kommt noch alles? Bruder, wer war das? Digga, ich hab ihm so sein Head weggesprengt. Ich sag dir, wie's ist. Don't mess with me. Neue Granate. Oder krank. Ich hatte so Angst. Plötzlich face ihn. Okay, chillig bleiben. Keine Tränke. Alles entspannt. Ich brauch halt unbedingt mal Taschenlampen-Batterie, ne? Das ist echt schlecht hier gerade. Ich hab halt, ich bin halt auch immer von dieser Granate weggegangen. Weil ich hab das Gefühl, es tötet dich hier alles, was in dem Game ist. Also wirklich alles. Ich hab das Gefühl, du guckst die Wand an, du bist dead. Ah, die zieht doch. Sieg gleich. Was passiert gleich mit... Oh, Sieg wird gleich so schwer. Okay. Ich brauch Batterien. Es nützt nix. Ich brauch Batterien. Bitte drop. Bitte. Bitte. Ted, lass mal ne Batterie hier liegen. Feuerzeug. Neu. Oh, ja, Mann. Ja. Big Stuff. Mach Tür auf. Digi. Ich geh jetzt nicht weiter. Ihr macht jetzt erst 1000 Likes voll. Ich geh nicht weiter, Digga. Mach ich nicht. Ich hab Zeit meines Lebens. Seh ich auch nicht ein. Ich geb mir hier den absolut größten Pain of Life. Ja? Und ihr müsst nur einen Daumen machen. Das war's. Das, Digga, das seh ich nicht ein. Wer war schon... Macht Granate auf Sieg. Könnte hart werden. Leute, ihr lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Das schafft ihr easy, Mann. Big Surf. Bruder, like button, glühlt schon. Big Surf, was geht mein Bester? Ich will, dass du zu dem Game eine geile Meme-Compilation machst. Big Surf, bist du dabei? Sag mal alle. Hallöchen zu Big Surf. Es geht, Bro. Ganz schwierig hier. Ganz schwierig, der Käse. Daumen ist oben. Ja, Leute, wir sind fast... Okay, wir schaffen das, ne? Leute, macht voll jetzt. Like-Button muss glühen. Big Surf ist am Start. Let's go. Hell no, Bro. 74. Geradeaus. Geradeaus. 76. 77. 78. 79. Es wird close. Es wird sehr close. Oh, ich bin 80. Oh, drin, Mann. Scheiße. Der Sieg macht mir Angst. Bleib da mit deiner Karre draußen. Du Lellek. Ey, scheiß. Die Wand an ist das schwer. Junge. Oh. Ihr guckt mal, ne? Hättet ihr nicht Daumen hoch gemacht? Es wär nix geworden. Ich weiß es, Chat. Mann, dieser Sieg... Äh, dieser Eis nervt, Mann. Bro, ich... Ich darf flackern. Ist denn das jetzt hier eigentlich? Ey, wehe. Ich sterb hier vorher, ne? Wehe. Ich geh hier vorher drauf. Dann flipp ich so aus. Mal Feuerzeug an. Ich brauch Key. Ich brauch Key. Kein Ding. Ich hab... Ich hab... 82. Dor war ich grad, ne? Chat, habt ihr mitgezählt? 84er Dor. Boah, Junge. Ich muss mir erst mal ein bisschen Ruhe verschaffen. Zündung! Da ist Ruhe im Bums. Hier ist Ruhe im Bums. 83. Dor. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da war was im Bild. Da war was im Bild, Chat. Habt ihr das gesehen? Scheiße! Scheiße! Oh, Junge. Ich hab aus Versehen eine Granate gezündet. Ja, man darf mir halt auch echt keinen Sprengstoff in die Hand drücken, ne? Sieht immer schlecht aus bei mir. Bro. Okay, wir gucken das gleich nach. Also 83. Dor. Sagt ihr. Nice. Oh, oh. Okay, lass mich überlegen. Lass mich überlegen. Da ist er. Nein, er ist nicht tot, oder? Nein! 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 Ich bin tot! Er wurde nicht getötet! Ich dachte, er stirbt. Ich hätte echt gedacht, er stirbt. Ich hab zwei Granaten gezündet. Wär ich nicht so... Wär ich nicht so kacke draufgegangen, ne? Karo. Ich wär jetzt doch am Leben. Aber ich... Ich glaube... Ich... Ja, ich weiß nicht, ey. Ich glaub, ich hätte es trotzdem nicht geschafft. Der ist der Schlimmste. Warum keinen Schrank? Ich glaub nicht, dass der... Der bleibt doch da stehen, oder was, ne? Kann man sich im Schrank vor dem verstecken? Geht das? Okay, ich muss einmal ein Mysterium checken. Und zwar bei der 83. Door. Da war was. Ich hab da was gesehen. Oh my God! Moment. Drücken, ne? Sieht immer schlecht aus. Okay, lass mich überlegen. Ich hab da was gesehen im Bild. Lass mich überlegen. Okay, da war... Da war Jeff der Killer nämlich schon. Da war was im Bild. Das Bild hier. Da war was drin. Okay, passt auf. Passt auf. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Guckt hier im Bild. Okay. Ruhe im Bums. 83. Door. Jetzt. Ich mach extra langsam. Ich mach extra langsam für euch. Da. Da war was. Digga, das hat man ganz kurz gesehen. Ganz kurz. Door. Aha. Was war das? Kann mir das mal jemand erklären? Ich kann's nicht sagen. Neue Runde, Leute. Ich glaube halt, dass mit zu vielen Leuten zocken einfach nicht bocken wird. Wir müssen natürlich, glaube ich, erstmal auch wieder in Lobby reinkommen. Ich würde sagen, ich nehme mal ein paar Leute mit rein. Also wir machen eine Zweierrunde. Ich werde mal als erstes mit dem... Ah, mit wem zocken wir? Also Leute, ihr wisst genau, ne? Ich brauch heute Profis. Ich kann nichts mit jemandem anfangen, der in Roblox-Dores nicht so gut ist. Weil wir uns gut absprechen müssen. Alle, die selber sagen, so endorse mir ja nicht der Beste, da macht das keinen Sinn. Weil, also das Spiel ist richtig schwer. Deswegen, Rafa, bitte muten. So. Ähm, alle, die jetzt sagen, ist nicht so dolle bei mir, die müssen jetzt rausgehen. Ihr müsst halt verstehen, ne? Ihr sterbt sonst direkt nach, weiß nicht, fünf Doors oder so. Das ist natürlich dann ein bisschen kritisch. Okay. Gut, ich würde Rafa the King mitnehmen. Als erstes. Rafa, schreib mir mal bitte deinen Namen in Ready to Move rein. Wir machen eine entspannte Zweierlobby. Leute, gehen erst zu zweit in diese Door rein, ne? In diese Hardcore-Map, Alter. Mann, es ärgert mich so, dass ich nicht durchgekommen bin. Belastend. Omegalul. Okay. Den fügen wir hinzu. Der Dummkopf, Leute, ist jetzt dabei. Na, das wird ja was. Na, das wird ja was, wenn ich mit dem Dummkopf spiele. We are going in. We are going in, guys. Let's go. Bisschen Hype rein. Schaffen wir es heute? Was glaubt ihr? So. Moin, hab ich was verpasst? Ne krasse Runde. Wir sind, glaub ich, grad bis nach 85 oder so gekommen. Also, es war wirklich extrem. Ähm, muss schon sagen. Also, nicht ganz ohne. Nicht ganz ohne das Game. So, wo ist Kollege? Rafa. Rein mit dir jetzt. Die Lobby steht schon. Du kannst einfach auf mein Server jointen. Ich warte auf dich. Gut, Leute, wir gucken uns beim Shop ein bisschen um. Äh, ja, das ist alles okay. Ich frag mich jetzt, wo der Kollege bleibt. Ich geb dir nur noch ein paar Sekündchen, mein Bester. Dann bist du raus. Das muss jetzt hier fix gehen, ne? Wer den Schlüssel nehmt, seid ihr tot. Ich glaub halt auch. Da hinten ist er schon. Digga, du hast ja nicht mal den Denno-Pullover. Was ist das denn? Kollege. Komm mit. Komm, wir gehen rein. Direkt. Okay, Leute. Das wär jetzt ne Tourunde Dors. Bro, hab Bock auf mein Internet. Ja, mein Gott, mein Gott. Nein, David. Leute, ganz kurz. Es zocken nur die Leute mit, die bei mir auf dem Discord verifiziert wurden. Die müsst ihr erst mal auf mein Discord anmelden. Caro, du darfst gerne mal den Discord-Link kurz reinschicken. Und dann müsst ihr auf dem Discord erst mal verifiziert sein. Das lest ihr dann auf dem Discord nach. Ich zocke nicht mit Randoms. Nur mit meiner Stamm-Community. Das ist der Key daran, ne? So, Bruder, kauf alles ein. Lass durchziehen. Okay. Okay, Bro. Wir brauchen ne Strategie. Bist du bereit? Gut. Die Strategie ist, wir looten immer abwechselnd. Und, ähm, wir machen das mit der Lampe. Also, Taschenlampe muss aufgespart werden, Digga. Ich würd sagen, nur einer benutzt die, ne? Oder? Ja. So. Ich loot mal hier die beiden Schränke. Aufentspannt durch. Hier ist ne Batterie direkt, Leute. Sehr, sehr worth. Okay. Ja, Digga, den Schlüssel. Lass durchziehen. Er hat ne heilige Granate gefunden. Wichtig auch mal. Wichtig auch mal. Sehr gut. Sehr gut. Paar heilige Granaten dabei. Bisschen hier, bisschen da. Sprengstoff. Guter Einstieg für die Runde. Okay, Bro. Pass auf. Pass auf. Wenn, wenn wir in Room gehen, du gehst immer Schränke links. Gleich den ersten. Auf der linken Seite sollte mal rechts keiner sein. Und das gleiche für mich. Ich geh rechts und nehm mir direkt den ersten. Und auf deiner Seite keiner ist, musst du halt einen weiteren, ne? Das ist das Risiko. Gut. Also in dem Fall müssen wir jetzt den Schrank da hinten ziehen. Ja! Heilige Granate, Leute. Die zweite schon. Hast du... Oh, er hat einen Smalltrank, man. Nice, nice, nice. Sehr gut. Den fällst du dir mal direkt rein. Vorsicht. Bisher alles gut. Fünf Doors, easy. Okay. Sechste Door. Da wird gleich ordentlich was passieren. Ich nehm den Schrank hinten. Das war knapp. Okay, Bruder. Ich hab direkt Tür aufgemacht. Eis ist direkt weg. Oh, Junge. Das ist eine geile Strategie, die nächste Tür immer zu öffnen, ne? Da muss man halt auch mal Big Ball playen. Okay, Leute. Ähm, es kann sein, dass wir mehr Runden machen. Also, ich bin heute auf jeden Fall zeitlich nicht limitiert. Ich hab gesagt, ey, für das Update, da zock ich heute richtig lange. Und... Oh, noch ne heilige... Die haben drei heilige Granaten, Mann. Die werden so weggesprengt, Alter. Geil. Okay, Bro. Zehnte Tür. Zehnte Tür. So. Tür elf. Mit dem Feuerzeug noch ein bisschen... Bist du da? Komm, Bruder. Folg mir einfach. Wir müssen unser Licht ein bisschen aufteilen. Zwölfte Tür ist direkt offen. Dreizehnte Tür direkt. Ah, Lichter flackern. Vierzehnte Door. Läuft gut. Läuft gut. Guck mal, ich bin der Stratmeister. Weißt du, wie ich mein? Vierzehnte Door. Easy going. Okay, wir brauchen auf jeden Fall auch gut Cash. Das ist wichtig. Okay, benutzt Taschenlampe. Das ist gut, Brudi. Loot mal durch da den All. Ich mach schon mal Schränke hier. Bilder und so. Was machen wir, wenn Jeff kommt? Wir könnten zu zweit Jeff wahrscheinlich besser besiegen. Wenn einer ihn irgendwie so baitet, so im Raum und dann mit Tabletten, Digga, wenn ich die Granate geworfen habe, einfach durchziehen. Weißt du, wie ich mein? Okay. Sehr gut. Sehr gut. Vorsicht. Eis, der Nervige. Jeff kommt! Jeff kommt! Jeff kommt! Ich werfe, Bruder. Er ist weg. Digga, mach's gut. Jeffy Boy, bis dann! Der Typ hat ins Gras gebissen, Leute. Okay. Das ist auf jeden Fall nice geworden. Cleaner kill, würde ich mal sagen. 17er Door ist auch direkt offen. Okay. Ich mach mal ein bisschen Feuer. Ey, ist wieder ein Darkroom, ne? Ist einfach gottlos. Vorsicht. Haben wir mehrere Türen? 18er Door. Wir müssen mitzählen, Leute. Wir sind zu schnell. Wir sind manchmal zu schnell. Feuerzeug ist leer. Ich hab Taschenlampe, Bruder. Ich hab voll. Lass mich erst mal machen. 20er Door, Leute. Ihr müsst mitzählen. Das ist wichtig. 21er Door. Chat, ihr müsst mitzählen. Das ist wichtig. Ich glaub, es kommt gleich was. Ja. Ich hab aufgeschlossen, Bruder. Wir können direkt durch. Tür ist offen. So, wir haben 23er Door. 23er Door. Direkt hoch. Oh, oh. Sieg, sieg, sieg. Irgendwo ist sieg. Batterie, Bruder. Batterie. Nimm mit. Hier direkt auf den Tisch. Ja, ich könnte mal ein paar Tränke gebrauchen. Ich bin ehrlich. Boah, Junge. Ekelhaft. 24. Tür. Ich hab das Gefühl, dass Sieg gleich kommt. Mit einem Maid ist das auf jeden Fall entspannter. Ich sag dir, wie es ist, Rafa. Digga, wir schaffen das schon heute. Es gibt anscheinend den heftigsten Erfolg. Dafür hat man mir gerade im Chat irgendwie mitgeteilt. Also einen, der richtig big ist. So, ich mach mal hier ein bisschen Türen auf und so. Ich loot hier mal auf schnelle Bar. Wir sind zu greedy, Leute. Wir sind zu greedy. Boah, Junge. Greed ist jetzt aber schon ganz schön groß. Ich hab halt gar keinen Bock, dass der uns killt, ne? Müssen wir noch einen Schlüssel finden? Ja, müssen wir. Bro. Wollen wir Dietrich nehmen? Hast du welche dabei? Dann knack mal auf. Ich hab nämlich auch noch zwei Stück. Auf, entspannt. Jo, mach auf, mach auf, mach auf. Die Räume kannst du ja immer gleich direkt öffnen. Von mir aus. Vorsichtig, Leute. Okay. Das mal mitlooten. Digga, ich schnapp mir den dicken. Oh, ne heilige Granate. Sehr gut. Sehr gut. 27er-Door, Leute. 27er-Door. Mitzählen. Nicht vergessen. Glaub, gleich kommt was, Bruder. Knappe Kiste gewesen grad. Bin ehrlich. Oh, Junge, pass auf. Eis. Sieg kommt, Leute. Erster Sieg-Run gleich. Wir haben noch kein Leben verloren. Es sieht ganz gut aus bisher. So, Jeff ist, glaube ich, der Einzige, der uns problematisch werden könnte. Ein dreistiger Door. Gott sei Dank sind die Schränke runtergefallen, weil dadurch geht sogar tatsächlich das Schild kaputt, was Dupe, ähm, an seine Tür gemacht hat. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn die Schränke runterfallen, dann ist Dupe sozusagen aufgeflogen. Das ist sehr, sehr interesting. Nimm mal Flaster mit. Okay, bist du bereit, Bruder? Alright, alright. Leute. Es geht los. Erster Sieg-Run. Geradeaus. Sehr gut. Rechts. Geradeaus. Rechts. Rechts. Okay, Leute. Wir haben eine einzige Tablette verbraucht. Und ich hab Taschenlampen-Batterie gefunden. Wichtig auch. Wichtig auch mal, solche Erfolge zu feiern, Leute. Taschenlampe ist komplett full. Big stuff. Macht chillig, Bro. Macht chillig. Nicht, dass jetzt Jeffy gleich um die Ecke kommt. Puh. 41er Door, Leute. Let's go. Vorsicht. Jeff kommt. Jeff kommt. Nein. Oh, strong. His head gone, Bro. Wir haben zweimal Jeff gekillt. Rafa. Du musst leben. Sag mir, du kannst dich wiederbeleben, Bro. Rafa. Schreib. Oh, no. His head gone, Bro. Rafa, bist du jetzt echt tot? Rafa ist... Nein, Digga. Mach nicht diesen jetzt. Digga. Rafa hat sein Leben für mich gegeben. Er hat sich geopfert. Er kann sich nicht wiederbeleben. Bro, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dir noch schnell 30 Robux geschenkt, ne? Habt ihr mitgezählt, Chad? Oh, Gott. Rafa, kann ich dir immer noch 30 Robux geben? Kannst du dich noch wiederbeleben? Ich weiß nicht mehr, welche Tür. Habt ihr mitgezählt? Ihr seid schon wieder alle so uneinig. Jetzt schreibt da einer 46. Door. Nee, Digga. Ich truste nicht. Ich truste Chad nicht. He's head gone, Bro. So. Ich muss gucken. Also, wie war das? 41er Door. Es ist die 42. Wie kommen Leute auf 43, 46? Es ist die 42. Tür. Das heißt, wir müssen 43er Door gehen. Okay, warte mal. Ich guck kurz. Wir haben einen 40er hier. 42er, 43er Door, ne? 43er Door, oder? 43er, ne? Ja. Bin ich lost in space? Ich hab doch gerade nachgeguckt. Immer die gleich... Mann, bin ich... Ah, bin ich dumm. Alter. Ah. Echt? Digga, ich tilt. Ich bin so tilt, Mann. So. Ich geh jetzt erstmal zu meinem Loot. Welche Door ist es dann? Bro, ich bin so dämlich, Alter. Ich bin einfach zu nervös, Mann. Das ist das Problem. 41er Door. Ich muss doch nicht... Warte mal. Pfft, ja. Och, nerv nicht. Ah. Müssen wir mal gucken. 42. Oh, Junge. Ich bin so dämlich, Digga. Dass ich da schon wieder so leichtfertig ein Leben verloren hab. Hä, warte mal. Die 42er Door. Och, Digga. Ich hab's... Alter, ich bin so dumm. Okay. Kann man so machen. Also, man kann auch übertreiben. Jo. Okay, Digga. Okay. His head gone, bro. Tschüss. My head... My head gone, bro. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Buggy, Digga. Egal. Ich komm auch mit Bugs klar. Bring mir einfach noch mehr. Oh, Digga. Heilige Granate. Auch mal wichtig. Dass wir die noch mal auffüllen können. Ich hab keine Ahnung, was da grad passiert ist. Aber ist auch egal, Digga. Jeffy Boy kann nix machen. Einfach immun. Einfach sogar Kreaturen immun geworden. Wir haben Fitz, Digga. Let's go. Nice. Rafa, ich versuch das Ding für dich zu holen, bro. Okay. Okay. Digga, direkt durchgesprintet. Direkt durchgesprintet. Da kenn ich halt... Aua. 48er. 48er, du. Passt. So, wir machen auf direkt. Figa Baby. Ich werd dich so brutal wegsprengen. Figa Baby. Ich werd dich mit der Nate holen. Okay, wir sind full live. Ist gut. Ich hab allerdings noch nicht so viel Cash, Leute, in der Tash. Aber jetzt, 1090. Es ist was, mit dem man arbeiten kann. Sagen wir mal so. Ich nehm mal den Zehner hier mit. Fünfer ist das nur, Digga. Also mach den Geiz halt, ey. Ich geh rein. His head gone, bruh. Tür 50, wir kommen. Adi, du. Genau so sieht's nämlich aus. So und nicht anders. Okay, Leute. Big Meter. Jetzt können wir das Ding nämlich ganz entspannt durchchippen. Mit heiliger Granate ist das Ganze gar nicht so schwer, oder? Seht ihr genauso wie ich, ne? So. Okay. Dann können wir ja erstmal wieder ein bisschen chillen. Bisschen Money nehmen wir auch mit. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr geiler Raum. Weil ich weiß, ähm, hier passiert nix. Ich bin safe. So, ne? Ich kann mich jetzt hier erstmal ganz entspannt zurücklehnen. Kann hier erstmal Bücher sammeln und so. Muss mir keine Sorgen machen, dass ein Jeff um die Ecke kommt. Und oder Jack oder weiß was, ich was. Ne? Auf jeden Fall der Killer. So, ich hab's hier ganz gemütlich, ganz entspannt. Und natürlich muss ich jetzt auch nochmal... Oh, nice. Wir haben Biggie, Leute. Der ist ja auch sehr, sehr worth. Jeff, der schlachtet einen halt einfach super heftig ab, ne? Richtiger Scam-Boy. Warte mal, hier ist was. Auf der anderen Seite auch. Wär geil, wenn wir jetzt halt noch Big-Loot hätten. Ich hab schon ziemlich viele, äh, Zeichen geklärt, sag ich mal. Bro. Da war doch grad der Sound von der heiligen Granate, Mann. Ganz Hass. Dietriche drei Stück. Digga, wie viele Globusse sind hier. Krass. So, wir nehmen uns mal den Plan mit. Hatte gerade zwei Werbungen. Das kann eigentlich nicht sein. Eigentlich gar keine. Also, eigentlich gibt's keine Werbung im Stream. Das würde mich wundern. Das kann sein, weil du vielleicht aktualisiert hast oder so. Das wäre eine Möglichkeit. Aber normalerweise gibt's während meiner Streams keine Werbung. Da pass ich eigentlich immer drauf auf. Ich bin letztens, äh, mal auf den Werbeknopf gekommen, Digga. Aus Versehen, ne? Aber ansonsten nicht. Ja, wollte ich irgendwie X klicken oder so. Und dann bin ich auf den falschen Knopf gekommen. Ich mag das auch nicht. Deswegen, ähm, also ich finde, ich finde das selber im Stream übelst nervig. Also ich reg mich da immer richtig hart drüber auf. Und das ist ja auch der Grund, warum ich nicht auf Twitch stream, ne? Weil da halt mit Werbung echt immer sehr brutal ist. So. Ich hab jetzt eine ganze Menge. Wir müssen jetzt erstmal Codes eingeben, Leute. Wir lesen die ersten fünf. Kreis ist eine Acht. Karo ist eine Fünf. Ähm, Regenschirm ist eine Null. Acht, fünf, null machen wir erstmal. So, da gehen wir halt schnell entspannt durch. Ah, verdammt. Hätte ich mir auch sparen können. Gucken wir mal weiter rein. Acht, fünf, null. Dann haben wir die Vier. Das ist Stern. Null. Dann haben wir die Fünf. Das ist Quadrat eins. Null eins. Dann haben wir die Sechs. Das ist neun. Null eins neun. So, ich bin mal gespannt, wie es auch gleich in dem, äh, Jeff Shop, äh, in dem Jeff Shop aussieht. Genau. Äh, sieben haben wir Hund. Das ist vier. Acht haben wir Dreieck. Das ist eins. Also vier, eins. Vier, eins, drei. Vier, eins, drei. Vier, eins, drei. Es fehlt was. Vier, eins, drei. Es fehlt was. Es fehlt was. Ich weiß nur noch nicht wo. Muss gucken. Es fehlt das Quader. Das Quader ist nicht da. Steht das hier drauf auf dem Plan? Nö. Das Quader fehlt. Es sind halt so viele Zeichnungen hier, ne? Dass man mal eine übersieht. Das wird sein. Quader ist sechs. Letzte Zahl ist sechs. Okay, Leute. Wir sind Jeff Shop. Ich gehe einmal danach kurz auf Toilette, wenn wir da drin sind. Muss einmal kurz chillen gleich. Ähm, weil... Ja. All right. Nice. Noch mehr Tränke. Wir gehen vorsichtig hier ran. Sehr gut. Okay. Okay. Digga, was ist das denn? Wer macht das? Also ehrlich, Digga. Also ehrlich, Digga, ne? Oh mein Gott! Der Scanner! Der Scanner! Was ist das denn? Was ist das denn? Bray, was ist das? Was ist das, Bray? Kannst du mir das mal sagen? Diggi, was ist das denn? Digga, wir werden gleich weiter zocken. Ne, ich gehe ganz kurz pinkeln. Leute und ihr, ihr macht jetzt im Chat alle Lärm, Hashtag liken. Ich will, dass die 1700 Zuschauer jetzt nochmal einen dicken Daumen nach oben dalassen, dass wir es gleich auch easy durchschaffen. Und ich gehe ganz kurz hin. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, oh my god, oh my god, oh my god Digga, es sind schon über eine Stunde 14 drin, ne? Digga, ich hab das Gerät jetzt Oh, das Game ist so anstrengend Es macht sehr viel Spaß, Leute, aber es ist anstrengend Das muss ich auf jeden Fall sagen Ähm, lasst mich einmal nochmal schnell was erledigen So Seid ihr ready? Ich hab ein bisschen, immer wenn ich von der Toilette komme Immer ein bisschen Respekt vorm Game, ne? Da denke ich mir dann immer so Ah, gleich wird's vielleicht nicht mehr so gut laufen Aber Leute Gestern haben wir auch echt super, super lange durchgehalten Und das will ich heute natürlich auch wieder schaffen So Ähm, okay Ah, 1700 Zuschauer mit mir Das wird heftig heute Goody Leute, wir gehen rein Was ist das für ein Ding, ne? Was ist das für ein Ding? Frag ich mich Was kann das? Kann das irgendwas? Kann ich nicht sagen Aber wir werden sehen Vielleicht Vielleicht kann man damit Oh, wenn wir damit in den Keller gehen LOL Nee, oder? Junge OP-Item 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 Bro, Cheat-Code Cheat-Code einfach für DOS So, Items erstmal loswerden Pff Nerv nicht Nerv nicht Boah, Junge Ice ist halt echt überall, ne? Ist halt echt überall Wir müssen wieder mitzählen Wir müssen wieder mitzählen 55 Packt das in den Rift Geht klar, Bruder Mach ich 1000 1000 ist natürlich Sehr, sehr interesting Was wir hier heute Es ist einfach geil, Mann Ich lieb dieses Ich lieb dieses Game Jetzt schon wieder, ne? Dieser neue Content auch Und so Bruder, das ist einfach schön Gefällt mir richtig gut Biggie Wir nehmen uns den mal mit In full life So So nämlich Da ist ein Schlüssel drin Cheat-Code Einfach Cheat-Code Ich sag's euch, wie's ist Ich hab den Cheat-Code jetzt Welche Door war's? Welche Door war's? 58 oder 57? 58 58 oder 57? 57, ne? Mhm Ich schaff das ohne euch auch nicht, Cheat Bin ich ehrlich 57, ne? Gut Es steht ja auch die richtige Türnummer drauf Stimmt's? Der war rot Der war rot Der war rot, Leute Aha Aha Crack Einfach Crack 59 61 Loll 61 Cheat-Code aktivieren Cheat-Code aktivieren Jo Nachtsichtgerät Einfach Cheat-Code Einfach Cheat-Code Das Ding ist so OP, Mann Das Ding ist so OP, Leute Ich muss das saven Ganz im Ernst Das ist doch einfach gottlos, das Teil, oder was? Heftig 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 62er Door Jo Okay, Digga Chill Wir gehen direkt hoch 63er Lichter haben geflackert Ich bleib im Schrank Es passiert nichts mehr Nach Figga Kann man, glaube ich, so lange im Schrank bleiben, wie man will Es passiert nichts mehr Nach Figga kann man so lange im Schrank bleiben, wie man will Das ist eigentlich ganz nice Gerade, wenn Jeff kommt Okay, Leute Wir müssen Cheat-Code aktivieren All right Das Ding soll direkt da hinten sein Ah, weiß ich schon, wie es läuft Okay, es ist, glaube ich, durch den Schach dann durch Diggi Was passiert denn am Ende? Weißt du? Was passiert am Ende, frage ich mich Was kommt da? Ist Figga auch da? Wenn am Ende Figga ist Wir könnten ihn mit der heiligen Granate direkt wegsprengen Wir hätten am Ende echt sehr, sehr entspannte Sache Vom Ding her Vom Ding her Theoretisch So, müsst ihr mal drüber nachdenken, ne? Vom Ding her Kann natürlich ganz anders kommen Wissen wir ja Aber ich denke schon 64 Ich muss hier rüber, ne? Ja, wir sind Mad Bay Wir sind Mad Bay, Leute Sehr geil Ist hier irgendwas? Gut Wir werden uns hier erstmal aufluten Wir machen erstmal einen entspannten So Hier denke ich Wenn wir gleich in den Room kommen In den In... Leute, es ist einfach das Hexy Room, ne? Es ist einfach das Hexy Room, der jetzt kommt So, wir machen Tür auf Bruder, das sieht so geil aus, Mann Gönn, Digga, gönn Sehr wichtig, das Ding Man bekommt hier ein bisschen Leben dazu So wie es aussieht Ne, okay Ich kann die Kohle da auf jeden Fall nicht rauslooten Was ist das mit? Hey Gib mir das Geld Goody Goody We got enough power We got enough power Oh my god Skeleton Key Okay, Bruder Let's go Für das Feeling Luck, was ist das? Digi Auf chilliger Basis unterwegs Leute, habt ihr noch einen Skeleton Room für mich? Macht direkt auf Kein Ding Wir haben zwei Drittel vom Game geschafft 66 Door Zählt mit, ne, Chat? Ihr müsst, ihr müsst Eine, eine Ich kann im Schrank so lange bleiben, wie ich will Stimmt's? Stimmt's? Ich glaube, ich kann im Schrank so lange bleiben, wie ich will Was ziemlich OP wäre Weil Ambush uns da nichts mehr kann Kommt doch, Ambush Ich bin im Schrank, Bruder Hier bin ich Cheatcode aktiviert Weißt du? Don't mess with me I am here now And you Noob, my friend You very big noob No problem Kommt der noch mal? Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren Maria Siehst du Ambush irgendwo? Ich nicht Ich nicht Das nächste Mal jage ich den in die Luft, Leute Einfach nur, damit ich nicht so lange warten muss Okay 68er dort Direkt da unten Bro, herzlich willkommen in der Familie, Raffi Eis direkt hinter mir Auch entspannt So eine chillige Battery wäre jetzt natürlich ganz nett Und 69 Okay Wir nehmen den Biggie mit und heilen uns direkt Weil wir haben ein klein bisschen Damage kassiert Ganz klein bisschen So Ich hab so viele Items dabei Gut Man It looking good Digga, stell dich halt einfach direkt vor die Tür, Bro Dankeschön Für 2 Euro nehm ich Und Melanie Ich hab deine Deine Dolo vorher nicht gesehen Danke auch dir nochmal für 2 Euro Wenn du gerade das siehst Manchmal rutschen die natürlich durch Das ist nicht böse gemeint Hey Was willst du? Weg mit dir 71 Let's go 71 hab ich gerade gezählt Ich passe nämlich ganz genau auf 72 Junge Er taucht nicht mal auf und zieht mir direkt ein Brett Jetzt kommt der Seek Fight Okay Aber das Ding ist easy, weil wir genug Taschenlampe haben Seid ihr bereit? Wir rushen vor Zu Door 80 Ich zähle jetzt mit Brauch's 75 75 76 77 77 78 79 79 80 81 81 Türen Das ist unser offizieller Rekord 81 Türen Ich wiederhole 81 Türen Wir sind auf einem richtig guten Spot Warum? Taschenlampe, Leute Full Taschenlampe ist full 81 Stück Dor gerade durch Wir müssen jetzt die 82er aufmachen Stimmt's? Nur nochmal auf Nummer sicher 82er Dor Ja, Digga Das ist der Fake des Jahres 82er Dor Das weiß ja auch direkt, was fake ist Also das Ding ist fake Approved Okay Kennt ihr irgendjemanden, der schon durchgezockt hat? Ich noch nicht Halleluja Halleluja Ja Danke Nice Okay Klappt Cheatcode an Duke Boah, ich Oh, Digga Vielleicht Ich hab ne andere Theorie Vielleicht klappt Cheatcode Aber mit Schlüssel Wenn da jetzt 82er Dor draufsteht Easy Boah, Digga Nochmal Taschenlampenbatterie, ne Big Stuff 82 Es steht die richtige Tür auf dem Schlüssel drauf Meine Freunde Es steht die richtige, äh Die richtige Tür hier schon drauf So Wir gehen weiter 83er Ich bin so froh, dass 83er Wir müssen 84er dor Bin so froh, dass Jeff noch nicht da ist Chat Lasst Like für diesen Stream da Wenn ihr meint, ich pack das Das ist anfeuern So müsst ihr euch das vorstellen Zweimal Ambush mittlerweile Ich kann aber im Schrank bleiben Alles entspannt Aktuell Nebik Danke einmal für 2 Euro Nebik Danke einmal für 1 Euro Hab ich grad gesehen Müssen warten Ambush Like Ambush Ungefähr so Tim Danke für 1 Euro Deine erste Super Chat Digga Ambush Ich mach ihn auch Was habe ich gerade Äh 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 Hä Äh Ambush Kannst du es mal lassen Bruder Digga Gar nicht cool 86er Digga Ich hustle so durch Mir sind die Schlüssel Vollkommen egal Ich will einfach nur weiter Ich will 90er rein Wenigstens da schon mal 88 Leute 10 12 Türen noch 89 Was ist das für ein Room hier Was ist das für ein Room hier Mach kein Auge jetzt 89 Wenn ihr jetzt zieht kommt Ich raste aus Nein kommt nicht 89 Oder ich muss auch In Ruhe arbeiten hier Verdammtes Auge man So Das war Ruhe im Bums Jetzt erstmal Gut Sag mal Ruhe im Bums Jetzt gucken wir uns erstmal hier um Leute Wir sind Direkt Draußen Wenn Jeff da drinne ist Dann wird es so schwer Ich will erstmal gucken Ob hier irgendwas Warte mal Cheat Code Cheat Code Kann man hier mit Cheat Code Irgendwas sehen Ich meine das Ding ist ein Nachtsichtgerät Wir haben nachts Und wir sind draußen Sieht Cheat Code Irgendwas Was wir nicht sehen Jetzt halt nicht Bruder ich mache aus Stores Einfach ein ganz anderes Game Wir machen aus Stores Einfach das ganz andere Game jetzt Wir sind so weit Leute Wenn wir den Erfolg Heute holen Holy Moly Das wäre zu krass Nebik Danke nochmal für 2 Euro Dankeschön Gucke dich schon 3 Jahre Einer der OGs sagt er Er ist einer der OGs Leute Okay Freunde 10 Türen Es geht los Seid ihr bereit? Oh my god Was machen wir jetzt mit dem? Jeffy Ich habe noch eine heilige Habt ihr das gerade gesehen? Ich frage für einen Freund Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin Jeff hat mich im Schrank getötet! Er hat mich im Schrank getötet! Wer hat gesagt, Jeff kommt nicht? Oh, nö, Mann! Bro! Bro! Traurig oder sauer, ich bin schon etwas traurig. Also, zu zweit wäre es einfacher gewesen, aber es war nur ein Schrank in den Room drin. Habt ihr gesehen, ne? Es war ein einziger Schrank da drin. Also, es ist nicht einfach. Jeff dachte sich, heute ist 1. April. Digga, ich wurde schon wieder getrollt ohne Ende. Die Frage ist, was machen wir? Du schaffst es nochmal. Ich suche mir nochmal einen Mate. Oh, Leute, ey! Zoppen wir das Ding heute weg, oder was? Bleiben wir so lange... Ich stream so lange, Digga, wie ich durchgespielt habe. Und wenn er 6 Stunden dauert, ist mir egal. Ich bin ehrlich. Oder was? Okay, das ist ein Must-Have. Wir machen's. Gut! Rafa, das war nice try. Ich sag, wie's ist. Slidy, Bro! Ich weiß, du hast Bock auf eine Challenge, Digga. Und ich weiß, du musst auch eigentlich cutten, aber du bist heute dabei. Ich mach ihn mal für meinen Server ready. Du hast ja auch noch Robux, glaub ich, liegen, ne? Bist ja eigentlich passen. Lass es probieren, da rein zu sliden, Bro. Also... Mein Cutter ist jetzt mit dabei, Leute. Er ist auch mal... Er ist auch mal in dem... Äh, auf Discord gewesen, ne? Und ich nehm ihn jetzt mit. So. Ich mach ne kurze Pause, Freunde. Ich geh aber schon mal mit Slidy rein. Sliderino. Müsste das eigentlich Slidy Reno? Yes, this is er. So. Wir gehen rein. Du schaffst es nicht. Ich sag, ich schaff's. Ich komm immer weiter. Wir wissen ja, was auf uns wartet. Wenn ich mit Slidy drin bin, das ist ein ganz guter Spieler, so kann ich mir vorstellen, da wird einiges gehen. Okay. Wir machen kurze Pause und gleich rushen wir für den finalen Run. Ich weiß, dass es danach was wird. Ich bin mir sehr sicher. Gut. Bis gleich. Chat. Like nicht vergessen. Ah. Ah. Macht mal die 1500 Likes voll, Freunde. 1500. Das schafft ihr. Lisa. Ja. 22. Ja. 23. 100 likes noch was man denn überraschen freunde 1500 auf entspannt 80 likes noch freunde 70 70 noch lasst mal den überraschen let's go wer bist du dann wollen wir mal dann wollen wir mal 60 likes noch 1000 ist tatsächlich high score also so viel habe ich im letzten live stream geschaffen ich 6.000 zuschauer hatte das wäre auf jeden fall strong weil dann können wir damit rechnen dass der stream morgen in den trends vermutlich landet landen wird so weitergeht okay bist du bereit bruder okay dann lass rein let's go follow me fox so jetzt gehen wir rein leute und in was war dein high score in dem jetzt hardcore mode habe ich drei runden gespielt ich glaube 20 oder so aber ich habe stream die ganze zeit geguckt neben karten okay jetzt wird wild dankeschön brudi vielen dank ab wann kann man nicht wiederbeleben ähm wie ab wann 30 ja irgendwann 30 30 robux muss man bezahlen und man kann sich wiederbeleben jederzeit aber nur ein einziges mal wir müssen halt echt wir müssen halt echt auf die doors achten ne weil das das dumme ist wenn wir dann in so eine tricky situation kommen nachher im gartenhaus das wird auf jeden fall nervig warum hat er nicht wieder skeleton key for rooms benutzt äh hast du nicht weil ich gesagt habe ich mache die wenn wir durch sind anscheinend kommen wir auch gut rein so wie es aussieht ja wir sind drin perfekt gut ok ok hast du überhaupt equipment dabei taschenlampe oder so bei mir wurde nichts aufgeploppt he 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 die digger echt jetzt ja oh no hell no ah jetzt 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 taschenlampe taschenlampe wichtig ok man dann wollen wir mal also wir brauchen so ich würde sagen wenn wir so 2000 gold stacken wäre krass ne oh mal sehen mal sehen du nimmst links oder willst du rechts nehmen schrankmäßig ja ich nehme links oh stern spieler dankeschön für 12 euro vielen vielen dank ganz großer support dankeschön leute leute oder macht ein sternemoji rein ich habe schlüssel bruder mhm geht direkt los geht direkt los geht direkt los oha wer ist er denn wer ist er denn was war denn das für ein ding die sounds sind krank digger safe bist du ausgerutscht ne 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 dann ist glaube ich jeff hier irgendwo ja nein jeff digger was machen wir jetzt wir müssen hier auf ne banane locken und da weg laufen ok ok machen wir hey jeffi weg digger weg 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 ok bro das wird jetzt sehr tricky Leute wir haben jeff direkt am anfang das ist natürlich jetzt unentspannend für uns wir müssen jetzt erstmal durchziehen einfach direkt mit einfach direkt mit oh Junge ich bin greedy ok wir können die banane auch für jeffi nutzen die frage ist ob er uns hier natürlich hinterher läuft Leute Tür zwölf zählt ihr mit zählt ihr mit chat Tür zwölf Tür zwölf müssen wir jetzt ok ich mach mal auf unbequem unbequem 13er ich weiß doch nicht warum der so oft kommt alter oh baby uuuhh was seh ich da 2,15€ von Sternspieler dankeschön vielen vielen dank hier sind äh Pillen falls du brauchst nice Taschenlampenbatterie die nächste geht an dich Brudi 15er Door 15er Door 16 ok Leute wir haben ja erstmal ein bisschen entspannte Basis jetzt das ist ja schon mal nicht schlecht ok ok was sagen die Schränke hier nochmal Tabletten ok oh Leute unbequem 17er Door sind wir drin 17er Door das hier wird nämlich wieder ein Dupe Room ich fühle das Leute ja ok wir müssen die 18 machen ja die hier ok 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 19 yo Leute wer wer packt denn Eis so oft hier rein? könntest du mir was sagen? wer war das? wer hat den wer lässt den hier in jede Tür? ich mach auf egal die Tür finden wir schon genug ok das ist die 21. Tür Leute Puh Tür 22 ist schon offen da hinten ist ne Batterie ne doch nicht ah verdammt ich hab falsch geguckt Guck mal wir kommen doch gut voran oder? wir kommen doch gut voran Bro was Ambush Alter als ob er kommt gleich nochmal oh mein Gott Eddie danke schon bei 16 Euro aber es ist gerade ein bisschen kritisch Bruder wir müssen Ambush jetzt besiegen ruhig ruhig ich glaube er kommt nochmal ich glaube er kommt nochmal ist nicht easy nochmal Eddie ich guck gleich deinen Donut an ok? nochmal Leute jetzt halt mal auf den rein zu lassen mir reicht es langsam 7 mal schon ich glaube er ist weg oh Mann 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 ich muss gerne mal von Eddie kurz Donut chatten wenn wir entspannten Room haben 26. Tür unten pfff oh oh Bro ich lass den rechten Schrank ich lass den rechten Schrank direkt ich seh nichts ich seh nichts hin ne nein ich bin tot Digga wie schnell wie schnell ich gestorben bin du auch? ja oh mein Gott oh mein Gott oh Scheiße wiederbeleben Leute es ist alles gut wir brauchen nur ein Leben wir brauchen nur eins wir spielen Handicap Mode wir spielen Handicap Mode so bist du noch drin? ja bei mir steht aber äh Fehler die ganze Zeit pff ok Leute wir müssen ein bisschen warten ich warte erstmal ab denn du schaffst das ich mach Jeff kaputt oh Digga also der Hard Mode ist halt einfach sehr hart der der den schafft ne sind die Sounds eigentlich Copyright die machen das extra so dass der nicht lange drin ist die denken ein bisschen im Sinne der YouTuber die sind immer nur so 3-4 Sekunden oder so drin deswegen das ist eigentlich ganz nice kommst du jetzt noch rein? ne da steht blöd passiert nix oh ne ne ey die Roblox Server sind heute so gecrashed man ja Leute geil ja musst du alleine weitermachen och nö ok warte warte oh man Digga ich hab schon die Tür geöffnet als du ausgerutscht bist und ich so neiiiin ja und dann rutsch ich nochmal aus hahaha ok ja gut Leute wir müssen alleine weitermachen was soll man dazu sagen es wird dieses eklige Ding jetzt hier Hashtag Slidy in den Chat ne er hat alles gegeben Freunde pssst was packen die aus so ne Banane direkt vor die Tür die sind auch dumm die sind auch dumm 31 Taschenlampenbatterie wichtig auch mal wichtig Dankeschön für 2 Euro an Sakura denn nur hab die ganzen Bananen dahin geschmissen ups so Digga mir reicht's ich rush jetzt durch Leute ich rush jetzt durch oh wir haben eine einige Granate mit der kann man arbeiten sollen wir probieren Seek zu killen sollen wir es mal probieren Baba Wagen Digga jetzt kommt wieder der Bulldog sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sollten wir echt locker schaffen wie schnell ist er gewesen war schon schnell welche Tür ist die richtige habt ihr mitgezählt ich habe nicht gesehen wir machen wir machen einmal Stream Kontrolle wir machen Stream Kontrolle Tür 40 Tür 40 Tür 40 war es Chat ja sehr sehr gut einige von euch ja da sagt jemand sogar schon 42 Imo es war die 41st weil das war Tür 40 Bruder ich wäre jetzt so tot gewesen hätte ich auf dich gehört ne denk dran es ist aber auch teilweise so heftig dunkel hier drin gut 42 weiter mit zählen weiter mit zählen Chat 43 ey das ist normale Doors ich kann danach das nie wieder zocken weil das zu easy ist für mich ich sag wie es ist es ist danach einfach zu easy 45 sehr gut 46 wir sind gleich bei Figure schon wieder ist so ein bisschen nervig dass wir Figure halt ähm jo ich komm nicht raus Glitch hä? Leute was? was war das grad? ich war im Schrank und Glitch kam? what the hä? ok das war sass das war sass mehr kann ich dazu nicht sagen es war sehr sass diese Runs hier komplett komisch hab ich heute schon wieder zweimal Glitch hintereinander erzähl mir nix kannst du mir nicht erzählen zweimal Glitch hintereinander nein Timothy ok ich hab mich gut hochgelootet wichtig auch wir gehen rein heilige Granate hey Figure was läuft Bro oh 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 so nämlich und nicht anders das muss connecten sonst ist das Ding nämlich viel zu schwer hier ne heilige Granate müssen wir schon mitnehmen so wir durchsuchen alle Schränke ganz genau ein Buch erstmal Plan mitnehmen aufentspannt ok Leute wir haben jetzt erstmal ein bisschen Zeit zum durchatmen der Cheat der Cheat Code wäre natürlich jetzt wieder smart wenn wir den kriegen ne wir brauchen eigentlich so viele Bücher noch hier ist eins hier ist noch eins hier ist noch eins hier muss auch noch irgendwo eins liegen das höre ich schon ich sehe deinen Code links bei mir aber LED Bildschirm immer noch du siehst den Code? also ich meine das was links steht ne das sehe ich aber bei mir ist so ein Ladebildschirm what the hell man warum bist du denn es wäre so lustig wenn du einfach direkt irgendwann zur Stage 90 reindropst oder so boah ok Leute das sieht gut aus bisher ich habe schon sehr viel gesammelt ich glaube sogar alles fast gut alles klar Leute Hashtag Rechnen in den Chat wir müssen wieder rechnen also x ist 1 das ist die 0 0 ähm der Hund ist 2 3 0 3 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0 3 2 2 0 3 2 2 crazy ich guck nochmal 0 3 2 2 0 3 2 2 0 2 2 dann müssen wir die 5 nehmen die 5 ist nach unten 6 6 6 0 6 0 6 0 6 0 5 6 0 5 6 0 5 6 0 5 4 ok weiter gehts 6 0 5 4 dann haben wir dann haben wir den Kreis ist 9 und x ist Mond 9 wir haben den Halbmond nicht wir haben den Halbmond schon wieder nicht 9 wir müssen den Halbmond suchen Leute es fehlt irgendwie immer ein Buch ich weiß auch nicht warum ok wir gehen auf die Suche ein Buch fehlt denn warum hast du Premiere gemacht wenn wir oh da ist es 1 es ist die 1 am Ende sehr geil so wir sind durch Hälfte vom Game geschafft bisher gut oh bitte yes oh mein Gott oh mein Gott Digga was wir müssen Kohle sammeln Leute wir brauchen Kohle wir müssen irgendwo Kohle herkriegen wir kriegen Skeleton Kiesi uns nämlich nicht ohne Kohle sind wir jetzt geliefert Geld ich brauche Geld ich brauche noch 15 Freunde 15 brauche ich noch wenn ich die jetzt nicht habe haben wir kein da yes 50er Freunde 50er sehr gut wie Streams zu 2 Streams also was heißt das denn ich streame ja nicht 2 Streams das eine ist eine Premiere das ist ein Video weil unser 5 Kanal heute startet das einfach nur für die Leute die abonniert haben und halt überhaupt nicht Bescheid wissen und sagen jo ich bin dabei und ja wir könnten halt eigentlich die grüne Taschenlampe mitnehmen die wäre auch sehr worth gewesen aber ich finde Cheatcode besser Cheatcode muss halt einfach sein mit dem müssen wir playen wir haben genauso viele Zuschauer wie Likes Freunde das habe ich noch nie erlebt krass dankeschön so es geht wieder rein wenn Jeff hier ist ich habe nicht eine heilige Granate wir sind dead 57. Tor 58 58 58 59. Taschenlampe genug 3 mal Glitch 3 mal Glitch Hä? Chat das ist das dritte Mal 60. Tor heilige Granate wichtig 60. Tor gewesen Cheatcode aktivieren Cheatcode ist er rechts rechts warum OHHH MEN ICH AAAAAAAA 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 Was ist das? Man kann's auch übertreiben, Alter Geht einfach immer straight in den Keller, Mann auch noch Wieviel muss man sich denn da noch kommt mir nicht an, dass ihr das schon geschafft habt Safe nicht Safe habt ihr's nicht geschafft Bruder verarscht mich doch nicht Heilige Mann HAPRIE 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 So Digga hast du irgendwie ne... ne.. ok alles klar können Du kannst einfach skippen sonst am Fahrstuhl direkt Ja Alright alright Leute es geht wieder rein Ich sage so, ich mach noch zwei Versuche, Chad. Zwei Stück. Ich glaube, sonst bringt nicht mehr. Direkt der nervige hier. Ich geh längs. Die Runde fängt ja schon wieder richtig gut an. Wie oft will man Eis im Game haben? Oft. Ja. Hier sind noch Tabletten, falls du brauchst. Boah, Junge, ich kann nichts mehr looten. Du schaffst, dass ich fühle, ist im Urin. Die Leute immer. Ich hab's im Urin. Von dem, Mann? Ich bin direkt, ich hab direkt zwei Türen geskippt. Direkt zwei Türen geskippt. Auf chillig. So, Bro. What up? Feuerzeug halt auch sehr, sehr wichtig, Leute. Damit kann man die Taschenlampe einigermaßen erst mal so aufhalten. Oh, oh. Oh, oh. Hier lockert Tube Room. Ja. Ich hab's nicht genau gesehen. Ich muss einmal kurz chillen. Ich guck einmal rein. Es ist die neun gewesen. Neunte Tür. Ja. Neunte? Neunte Tür. Das heißt, wir müssen in die Zehner Tür. Wir können eh, hier, guck mal, das ist runtergefallen. Ah, perfekt. Perfekt, perfekt. Ja gut. Let's go. Elfte Tür. Oh mein Gott. Hä? Nimm durch. Hab ich mich da grad... Oh mein Gott. Ich hab' ich grad vertan, Mann. Bin neu. Steffi. Schön, dass du da bist. Ähm, aber... Neu und Mitglied sein, Digga, das ist schon was Besonderes dann. Hier sind nochmal Pillen, falls du brauchst. Bei mir. Ja. So, wir gehen rein. Dupe. Ich weiß nicht mehr, welcher Room das jetzt war. Oh, verdammt, Mann. 13. Oh, warte mal. 9. 10. Es gibt nur... Oh, oh. 13. Hier ist das Ding abgefallen? Ja, ist abgefallen. Weil die hier durchgepusht sind. Okay, 13. Okay, jo. Pass auf, Eis. Digga, die Bananen, Leute. Die sind auch immer zu wild. 15. Tür. Ich hab mitgezählt. Jo. Das fällt die ganze Zeit runter. Junge, jetzt müssen wir da unten im Keller auch noch rumstöbern, ne? Ja, ich hab' ich Bock drauf. Ich geh' geradeaus, geh' du gleich links direkt. Ich hab' es direkt. Perfekt, perfekt. Okay, Leute. Zu zweit ist schon easier, wenn man sich hier gut aufteilt. 16. Jo. Feuerzeug gefunden. Wichtig, Leute. Wichtig. Wir haben aber noch keine heilige Granate. Was mich ein bisschen negativ stimmt. 18. Da kommen wir mal. Es kommt gleich was. Ich geh' unter's Bett. Eis ist wieder am Start. Zur Info. Puh. 19. Dor, Leute. Zählt der mit? Okay, wir haben ja anscheinend einen langen Korridor oder so. Manziger ist schon offen. Ich warte, ich warte dieses Mal. Leute, könnt nicht vorbeilaufen, wenn dein Mate runterfällt. Zu mir kommen, ich seh' nichts. Warte. Ah, hier 20. Okay, danke. Benutzt zu viel Taschenlampe, Bruder. Du musst öfter switchen. Öfter switchen. Aus, an. Kurz gucken, wo der Weg ist. Wir sind durch 21. sind, glaub ich, gelaufen. Chen, habt ihr aufgepasst? Hier sind drei Türen. Durch welche Tür sind wir durch? Boah, Junge. Timothy hat mich schon wieder gecatcht. Hab, äh, 22 steht auf dem Schlüssel. 22? Digga, es schreiben wieder so viele 21 hier rein. Wo ist die 22? 23? Dann hier. Okay. Creed, immer größer. 22. Guck mal hier. 23. Die Tür, also, ja, okay. Oh, Digi. Wir müssen durchziehen. Digga, der ist auch richtig gemein, ne? Der Sound, oder? Mhm. Da ahnst du ja gar nichts. Oh, jo, wir müssen schon wieder in den Keller. Och, nö. Also, dieses Mal, Leute, ihr merkt schon, Taschenlampe viel öfter zu benutzen. Habschalter. Einfach, weil, ähm, viel mehr Entities kommen und viel mehr Dark Rooms aufeinander. Und die Entities machen alles zu Dark Rooms, so, ne? Das ist natürlich dann immer ein bisschen kritisch. Nimm du. Ist gut. 26. Tor gewesen. Ich hab geguckt. Jo, hier links gleich. Ich mach direkt auf. Komm. Links. Ja. Jo. Lichter flackern. Jo. Oh, es gibt noch. Es gibt zwei Schränke, ja. Alles gut. Kommt. Okay, wir haben sehr viele Türen geskippt. Sehr, sehr viele Türen geskippt. Vorsicht, Banane. Direkt mittig. Warte. Aha. Okay. Leute, gleich kommt Sieg. Wir haben hier die 30. Door. 30. Keine Taschenlampenbatterien, nichts, Alter. Wir sind so am Arsch. Na ja, zeig. 31. Direkt bei dir. Freunde, hier ist eine Banane einfach im Spind drinne. Äh, im Kamin. Im Spind. Da nimm. Ja. Nice. Nice. 32. Jetzt noch ne Batterie, Leute. Ah, schade. Ja. Digga, dann der Seek Run. Meinst du, hast du noch Tabletten? Ja. Zwei. Gut. Okay, Leute. Wir haben ein Drittel vom Spiel geschafft. Wir sind zu zweit drin. Dieses Mal wird's. Ich fühle es. Wer kann es fühlen? Links. 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 Nein. Nein. Nichts. Nein. Nichts. Leute, wie knapp. Wie knapp das ist. Bro, du hast mit dem Arsch gerettet, Digga. Hättest du nicht den Rechtskorb gegeben? Ich hätte so nach links gesteppt, Alter. Oh, das war so knapp, Digga. Uff. 42. Keine Batterien hier. Keine Batterien hier. Es ist einfach belastend. Okay, 44. Es hat wieder gezittert. Ich hab hier... Ich hab hier einen Schrank. Alles gut. Okay, das hier ist die 45. Tür. Und die 46. ist jetzt auch schon auf. Tür 47 suchen wir. Ich kann knacken, aber du kannst gerne rechts nochmal in den Room rein. Ich kann auch dreimal knacken. Ja, okay, Digga. Mach auf. 47? Ja. So, auch Eis. Batterie. Brauchst du noch Batterien oder hast du keine Taschenlampe? Ich hab noch eine Taschenlampe, aber keine Batterie. Okay, die nächste geht an dich. Okay, Leute. Also momentan stehen wir, glaube ich, ganz gut. Wir sind noch nicht gestorben, ne? Wir sind noch keinen tot und wir sind da. Aber wir brauchen die Bombe da, die Granate. Ich hab eine, ich hab eine. Ich hab eine, ich hab eine. Hast du eine? Okay. Ja, ja. Let's go, Bro. So, was haben wir hier? Ich hab jetzt 1.445 Pillen sind auch noch da. Ja, ich hab hier auch. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, einfach rein. Wir sprengen ihn kurz. Leute, guckt mal, wie schnell wir da sind. Easy. Den Typen spreng ich kurz den Hintern weg und dann gucken wir. Sieg ist auch im Chat. Hallo, Sieg. Tschüssi. Okay, Digger. Ich geh da mal links gucken, ne? Ja, aber ich guck rechts. Okay, Leute. 50. Tor. Es sieht gut aus bisher. Sehr gut. Es kann sich ganz schnell ändern, das Game. Das wisst ihr auch alle. Aber bisher, ich muss schon sagen, Ambush auch. Ambush auch im Chat direkt. Ah ja. Hallo, Ambush. Ich würd sagen, wir nehmen uns gleich beide den Plan, Brudi. Und dann lösen wir das getrennt. Ich mach dann das untere und du das obere oder so, ne? Ja, ich se. Da sind wir ein bisschen fixer unterwegs. Ich geh mal bei dir noch checken. Ich weiß nie. Er hat echt nichts mehr liegen gelassen. Stabil abgesucht, Leute. Vielleicht hier noch das ein oder andere zum Looten. Auch nicht. Buch. Noch ein Buch. Bist du die obere Reihe machen und ich mach die untere? Äh, ja. Können wir machen. Ich mach die obere dann. Okay. Okay, wir haben, glaube ich, schon echt alles gefunden. Dann... Also, ich mach die obere, ne? Ja. Okay, Leute, wir müssen einmal nur die ersten fünf Ziffern machen. Hm. Zwo, fünf, sechs, neun, neun. Sechs, neun, neun. Was sind deine Codes? Äh, neun, drei, drei. Neun, drei, drei. Und dann? Fünf. Ja. Und der letzte... Vier. Neun, drei, drei, fünf, vier. Alright. Easy, Leute. Wir sind durch. Hast du schon was gezogen, trankmäßig? Ja, ich hab hier einen Mini, aber den kann ich nicht nehmen. Nimm du den raus. Naja. Zieh ich mir rein. Okay, Mann, wie viel Kohle hast du? 355. Cheatcode aktiviert. Alright. Wir machen direkt, wir kaufen den ganzen Shop leer. Oh, da hinten ist noch ein Honey. Den muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich geh auf, chillig. Einfach fürs Feeding, Leute. So. Wir haben jetzt genügend HP und wir haben den Cheatcode. Das ist schon mal ganz gut. Ich weiß jetzt nur nicht, welche Tür sind wir gerade rein. Ja, es ist Dupe hier wieder drin. Ich muss tatsächlich mal gucken. Also, das war der 50. Room. Der 51. Room. Der 2. Wir suchen den 53. 53. Jawohl. Was ist hier unten? Ich seh's nicht. Ja, hier unten. Leute, was? Wir haben 50. Bro. Oh, shit. Finger ist doch im 50. Room, oder nicht? Als ob das jetzt der... Digga. Oh, Mann, ey. Ah. Und noch kannst du wieder beleben, ne? Oh, Digga. Ja, ich kann mich wieder beleben. Aber es ist nervig, Mann. Oh, jedes Mal so ein kleiner Fehler, der uns so ein Leben halt kostet, ne? Das ist halt ärgerlich, Leute. Okay. Ist so. Denno 0, Monster 3. Also, Dupe, der Typ, dass der einen auch immer direkt wegrippt, ist halt das Schlimmste, ne? 55. Pfff. 56. Dann ziehen wir mal wieder zum Trank. So. 57. Hab jemand? Ich kann aber jetzt unendlich lange im Schrank bleiben, denke ich. Ja. Ab, Figa, Leute. Kann man unendlich lange im Schrank bleiben. Also, alles cool. 58. Äh, ich nehm mal die Taschenlampe. 59. 60. Kommt dann jetzt. 60. Tür. Aha. Reiche ich direkt auf. Brauchen wir keinen Schuss suchen. Ja, Mann. Wurde auf, Eis. 61. 61. Wir gehen direkt runter, Bro. Wir gehen direkt runter, wegen Rush. Ja. So, ich guck kurz Cheatcode, ob linkst du da rechts. Äh, rechts. Bei mir. Ja, ja. Warte. Erledigt. So, Leute. 63. Entity kommt. Taschenlampe. In längs. Okay. Okay. Hier ist noch ne Taschenlampe, Bro. Ich weiß halt nicht, also, die hat noch ein bisschen Saft. Dürfte mehr als deine sein, denke ich. Nein, da hat gar keine mehr. Aber ja, danke. Sehr gut. 65. Sehr nice. Leute, wir sind schon mal im Medic Room. Das ist auch schon mal was wert. So, ich mach mal auf den Lachs. Das ist so krass, Mann. Das ist so krass. Nimm mal ein paar mit, ja. Nimm nochmal, äh, das Grüne mit, Digga. Da oben. Nimm mal was von der Pflanze, mein Bester. Weg. Okay. Wir können noch ein bisschen looten, wenn du Bock hast, weil, also, Taschenlampe. Taschenlampe, Batterie kann man eigentlich nie genug haben. So. Freunde, habt ihr nen Tipp? Habt ihr nen Tipp fürs Gewächshaus? Ich hab ne heilige Granate. Wenigstens eine Mal. Die ist leider nur nicht so gut accessible. Bei denen kamen Monster einfach, ne? Ja, Mann. Beim Gewächshaus hab ich gesehen. Also, Gewächshaus kam Jeff plus Monster. Und das Problem ist, ich musste dann in den Schrank. Aber weil Jeff halt, Jeff hat mir einfach durch den Schrank gekehrt, Digga. Also, es bringt bei ihm der Schrank halt nichts. Aber das Banane-Ausrutschen-Ding hat gebracht, ne? Ja, aber dann bleibt er nur ein bisschen, ja, ja. Dann bleibt er nur ein bisschen auf Chill, weißt du? Der kam aber jetzt ein bisschen schnell, Leute. Okay, 68. Tür. 69. Pass auf, Eis. 70, Leute. 71. Thanks. 71? Ja. Ja. Okay, Sieg ist gleich am Start. 72 dann. Überall Tabletten, Leute. Aber keine Batterien. Nie das, was man braucht. Oh, wie auf der Hand, ja. Sieg, Alter. Das ist, ich sehe, Screech so. Das ist denn, einmal der Nerv ist. Screech, ja. Screech, oh oh. Screech und Tube. Ah, was war denn das jetzt nochmal? Chad, habt ihr aufgepasst? 72 sind wir reingegangen. 73. Haben wir eine 74 hier? Äh, ich gucke mal gerade, was an der Tür steht. 72. Ja, gut, dann muss 73 sein, oder? Soll ich rein? Ich habe noch ein Leben. Äh, 73, sagst du? Ja. Überall richtig. Okay, warte. Mhm. Wo bist du? Unten? Unten, links. Ja, okay. Ja, let's go. 73. Okay. Dann 74 stimmt's. Yes. Okay, jetzt kommt Sieg, Leute. Sieg, die zweite. Und das boostet uns direkt, wenn ich richtig gezählt habe, auf die 82. Stage. Okay. Das wollen wir mal. Links. Längs. Mitte. Ja. Rechts. Geradeaus. Längs. Okay, Freunde, okay, Freunde. Sieg auf entspannter Rhino. So. Batterie. Batterie? Nice. Ja, habe ich ja erinnert. Nice, nice. Wie viel hast du jetzt in Taschenlampe? Okay, ich auch circa. 83. 83? Ja, ich mache direkt auf wegen Taschenlampe. 84, links. 85. Leute, wir sind gleich ge... Oh! Oh, 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 oh. Über Banane, über Banane. Er ist über Banane ausgerutscht. Wir sind am Arsch, Bro. Da kommt was. Oh, nee, er ist fast zu, ne? My head gone, bruh. Oh, du hast ihn getötet. Ich habe Ambush und Jeff gekillt. Nein! Shit! Park rein! Ich habe beide geholt. Mit Heidiger-Granate. Holy moly! See! See! Yes! Das war auch mal wichtig. Das war mal wichtig, Leute. Oh mein Gott! 86. Okay, im nächsten Chilo-Room müssen wir uns einmal ganz kurz entspannen. Oh. Ey! Oh, Digga. Die heilige Granate, Mann. Also, ich habe extra gewartet. Als Slidy meinte, okay, er ist dead. Und dann habe ich reingezündet und bin schnell weg. Ich glaube, er ist gerade um die Ecke gekommen. Bam, Digga, war er tot. Uff. Wir könnten durchs Gewächshaus sprinten. Rein theoretisch. Ich habe full. Okay. Gewächshaus können wir uns nicht mehr wiederbeleben, Brudi. Also abgleich ist sowieso absolut Feierabend. Ich denke mal, C kommt jetzt. Äh, Ice bestimmt. Oh, oh. Bro, komm schnell mit. Ja. Entity. Wir müssen durchziehen. Entity kommt. Ihr könnt euch hier vor Entitys verstecken, Leute. Genau. Ja, was ist das denn? Ich höre da was, aber da kommt nichts. Er kommt bestimmt später. Was ist das denn, Leute? Was ist das denn, Leute? Bugt, oder? Safe bugt, oder, Leute? Okay, Bro. Wollen wir weiter? Ja, das Problem ist halt natürlich... Oh, wir müssen jetzt durchkommen, Leute. Das geht, äh, ist ja zu schwer. Okay, komm. Ja. Ja, das hört sich ganz komisch an. Bist du ready? Okay, let's go. Jeff. Jeff. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Okay, Moment. Ich weiß nicht, was wir mit ihm machen. Okay, Leute, was machen wir mit Jeff? Ich muss vorhin weg. Wo ist der? Ist er bei dir? Ja. Ich air stuck. Nein, er kommt hoch. Er kommt hoch, der. Ich weiß nicht, was wir mit ihm machen sollen. Ich muss halt irgendwie eine heilige Granate, glaube ich, werfen. Ja. Oh, Junge. Digga, der ist ganz schnell unterwegs, Leute. Was machen wir jetzt mit dem? Hab's da hinten Bananen? Ja. Ich lass ihn ausrutschen ansonsten. Oh, der ist stuck. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Er ist tot. So. Jeff ist auf jeden Fall schon mal dead, Leute. Aber man weiß nicht, ob noch einer kommt. Das war mal die letzte Granate. Die letzte. Okay, komm, Brudi. Rein. A90er-Door, Leute. Hier ist nichts. Wir müssen durchspeeden. Wir müssen durchspeeden, Bruder. Hinten links schwenke. Egal, egal, komm. Kommt da was? Ne, ne? Ja. Doch, da kann was. Okay. Alright. Digga, Eis ist ganz hinten. Eis ist voll, ne? Ja. Ich sehe, aber du musst halt warten, ne? Wir dürfen nie zu weit auseinander. Okay. Okay, bist du bei mir? Kommt da was? Ne. Okay. Doch, da kann was, oder? Ne. Oh, Leute. Sollen weiter? Ja. Du musst callen, wo Schränke sind. Ich habe nur teilweise... Längs, längs, längs. Okay. Warte. Nochmal Eis. Kommt, kommt, kommt. Okay, Leute. Okay, gerade sehe ich keiner. Nochmal Eis im nächsten Raum. Hier sind keine Schränke. Ich fahrt auf dich. Weiter, weiter, weiter. Nein. Keine Schränke. Okay, okay. Bist du da? Ja, ja. Schränke, links. Schränke, links. Ja. Da kommt jemand. Kommt schon, Freunde. Feiert an! 98. 98. 98. 98. Das durch, oder? Ja, das durch. Wir sind 100. Yes, baby! Wir sind drin. Wir sind drin, Bruder! Boah, okay. Okay. Du hast die Kamera, ne? Ich habe die Kamera. Dann siehst du ja, wo die Dinger sind. Safe. Und ich habe noch einen Dietrich. Hast du auch noch einen? Ich habe zwei Dietrich. Okay. Pass auf. Wir machen links erst mal Door auf. Wir können gleich direkt drüber sprinten. Aufentspannt eigentlich. Ich habe leider keine heilige Granate mehr, aber das dürfte eigentlich gehen. Wir müssten hier in die Ecke und dann passiert eigentlich nichts. Aber komplett hier hin. Dann geht er eigentlich weg. Dann können wir erst mal chillen. Okay. Okay. Willst du direkt in die Ecke bleiben? Alright. Okay. Okay. Helikopter, Helikopter, Helikopter. Ich wurde direkt auf. Was wurdest du? Ich wurde direkt in den Rhein teleportiert. In den Figger? Mhm. Du bist tot? Mhm. Nein. Hä? Direkt rein geportet. Was ist das denn schon wieder? Chat? Ach, nee. Schaffst du. Da liegt er, Leute. Hashtag Slidy, der mich bis zu Room 100 begleitet hat. Das ist so unfair, Mann. Digga. Da hinten ist er. Sehen wir ihn durch Nachtsicht? Ja. Wir sehen ihn, Leute. Wir können ihn durch Nachtsichtgerät sehen. Er ist stuck. Digga, er ist stuck. Oh. Ah, bewegt sich leicht. In dem Raum sind welche, ne? Ja, du kannst sie eh sehen, ne? Ich kann sie eh sehen. Digga, da komme ich nicht rein. Chat, da komme ich nicht rein. Du musst ihn ablenken. Oh. Ich komme da nicht rein, Chat. Oh, Bro, guck dir den an, ne? Der blockiert hier alles. Guck dir das an. Was macht der? Oh, Bro. Chat, es gibt Probleme, die muss Zukunfts-Danny lösen. Also der, Danny. Vielleicht jagt er, der. Ich passe auf die Banane auf. Der Danny, der in 20 Sekunden mit ihm zu tun hat. Ich sammle erstmal weiter ein. Ah, das ist jetzt natürlich ekelhaft. Wir haben sechs von zehn Teilen. Das wird mein letzter Versuch heute. Deswegen, Freunde, feuert mich an. Er ist wieder im Move. Der ist da, vor dir. Okay. Das Gute ist, ich kann hinter dir gucken, wenn was ist. Okay. Ich bin jetzt, also ich muss eigentlich nur noch in einem Ruhm, soweit ich weiß. Da vorne, Leute. Hier vorne in den Room muss ich rein, wo Figger gerade rumkam. Da müsste ich eigentlich rein. Ich wollte aber nicht gehen, weil ich halt Angst habe, natürlich, dass er mich da schon aufspüren kann. Wir können nicht weg. Wir schaffen es dann halt nicht, ne? Wenn er uns einmal followt, wir sind direkt tot. Dann wirst du noch zwei Steine finden. Geh an die Tür. Dann kann ich so einen Sneak Peek machen von rechts. Nur an die Tür, nicht komplett rausschauen. Der ist da stuck. Du musst aufpassen. Renn lieber nach rechts. Ja, siehst du ihn? Okay, Leute. Er ist stuck. Alter, wie dumm. Digga, wie dumm. Ich setze einen Biggie ein. Auf Chillig. Okay, ja. In dem Raum ist er. Wir müssen an diesen Raum, Leute. Da sind die letzten Teile drin. Hier vorne. Wir kommen da halt nicht ran. Wir müssen warten, bis er sich bewegt. Ey, was ist das? Leute, lasst alle ein Like da. Oh, oh, oh. Er kommt. Okay, okay. Er geht nach rechts. Perfekt. Digga. Warte. Er bleibt stuck. Wie er gerade auf mich zugerannt ist, ne? Er ist immer noch stuck, Leute. Ich muss halt warten. Ich gehe einfach erstmal weg. Vielleicht. Ich kann ja mal gucken. Was geht da unten eigentlich im Rift ab? So, wir haben ja Zeit, Leute, ne? Pass auf. Ich habe so einen Pssst gehört. Aber der ist bei dir, ne? Ich auch. Was geht hier unten ab? Digga, sein Loot. Da liegt sein Loot, Leute. Boah, Premiere. Er bewegt sich wieder. Ich habe eine neue Tassenlampe. Okay, seine ist noch leerer als meine. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Chad. Was soll ich tun? Eins noch. Guck mal, guck mal, wie er wieder ist. Wieder an seinem Hauptstandort. Boah, aber diesmal schlimmer. Das ist so nervig, dass der da nicht weggeht. Wir müssen warten, ne? Wir sind ganz nah dran. Zwei fehlen noch. Zwei. Ihr müsst aber beide in dem Room sein, denke ich. Safe. Figger, du stinke Finger. Leute, was mache ich denn da jetzt? Er kommt raus. Er stackt sich raus. Hast du noch Vitamine? Nein. Gar keine mehr. Er ist gleich draußen. Man sieht's. Er ist gleich draußen, Chad. Er bewegt sich immer weiter zu mir. Seht ihr das? Er will auch echt hierher, ne? Oh. Er ist nach rechts, irgendwie. Oh. Pass auf. Hinterm Schrank direkt. Ganz komisch. Leute, was ist da passiert? Figger ist so dumm. Er bewegt sich wieder, oder? Er macht den Helikopter. Mann, Junge, verpiss dich doch mal aus der Ecke da vorne. Ja, ja, ja. Richtig. War man ein Sneak-Peak? Ja, er ist weg. Er geht einmal rum. Er kommt wieder von links. Okay. Jetzt hoffe ich, ich bin stuck da nicht. Oh nein. Leute, er ist schon wieder stuck. Risiko. Oh mein Gott. Risiko. Risiko. Let's go. Er ist raus. Meint ihr, ich habe nur einen Versuch? Meint ihr, ich habe nur einen Versuch dafür? Meint ihr, ich habe nur einen Versuch? Ich gucke. Es wird schon. Okay, Chad, let's go. Digga, was, wie schnell das ist. Boah, ich gucke aufs Slow-Mo. Ticker, was? Nice. Erste durch. 6, 7, 2, 5. 6, 7, 2, 5. 6, 7, 2, 5. 8. Save. Digi, wie schnell geht es? 3 auch. Durch. 7, 8, 10, 4. 6, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Jetzt. Kommt schon, Freunde, zusammen in den Sieg! Ja! Yes! Yes! Wir haben's geschafft! Wir haben es! Was für Hard Mode! Wir haben's! Wir haben's! GG in den Chat! Ohne die Hilfe von Slidy hätte ich das nicht überlebt, denn er hat mich einmal Minimum gerettet, als er den richtigen Call bei Sieg gemacht hat in der ersten Runde. Das darf man nicht vergessen. Wir gucken uns den Erfolg an, Chat! Ich hab ihn! Der seltenste Erfolg in Roblox Stores aktuell! Wir schauen rein! Das ist er! Survival the Jeff! Ich kann die Abzeichen grad nicht auswählen, wir lassen's einmal kurz durchladen! Freunde, GG! Wir haben es geschafft! Da ist er! Das ist der stärkste Erfolg, den wir holen können! Ich hab noch nicht einen in der Lobby gesehen, der den hat! GG! Wir haben es geschafft! Holy Moly! Was eine Arbeit! Jano Play! Dankeschön! Für 5 Euro! Vielen, vielen Dank! Wir haben's gepackt! Yes! GG! Freue mich auch! Hach! Unglaublich! Moni ist doch da mit dem VIP-Pulli! Und da ist Bali besser! Ey, wild! Yoshime, danke für 1,50 Euro! Freunde, das war ein unglaublicher Livestream! Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht! Aber, ihr müsst natürlich verstehen, es hat meine ganzen Nerven gekostet! Ich bin seit, glaub ich, 13 Uhr straight nur im YouTube-Business drin! Und so lange arbeite ich nie am Stück! Aber, das hat mir heute sehr Laune gemacht! Ich hoffe euch auch! Wir sehen uns morgen im Livestream wieder! Morgen gucken wir uns ein paar Garten-of-Ban-Ban-Sachen an! Gerade auch die neuen Charaktere und so weiter! Ich hoffe, dass ihr auch am Start seid! Danke für die Props! Und, ja... Zum Abschied noch! Falls ihr mir heute noch einen kleinen Gefallen tun wollt! Ähm... Wir haben Kollegen auf Instagram, Freunde! Der JanoPlay... Äh... Boah, Digga! Ich komm da jetzt gerade gar nicht rauf! Ich muss, glaub ich, auf anderen Browsern kurz switchen! Ähm... Ihr müsst uns helfen! Ich brauche eure Hilfe! Der JanoPlay ist derzeit... Ähm... In einem Battle! Der könnte PC gewinnen! Und da muss die Community einfach nur helfen! Ich würde mich echt freuen! Wir sind gerade 1.200 Zuschauer! Wir schicken den Link einmal rein! Es gibt hier so einen Beitrag! Da ist unser Pre-JanoPlay-Official gegen Emily Weigel! Zwei Setups, die sich biefen! Und wenn ihr mithelft, kommt Jano heute ins Finale! Alles, was ihr tun müsst, ist auf diesen Instagram-Post gehen, den ich hier reinschick! Ihr könnt sonst auch mal, ähm... Gerne bei mir auf Instagram schreiben! Und einfach JanoPlay-Official verlinken! Ihr könnt den Beitrag natürlich noch liken! Das bleibt euch überlassen! Habe ich auch gemacht! Finde ich eine gute Aktion! Und... Wenn wir Glück haben! Dann... Zum Beispiel auch hier! Bekommt Jano einen neuen PC! Ich würde mich sehr, sehr freuen! Ähm... Die Reichweite, die ich hier heute mit dem Stream habe... Es sind über ein... Oh, Scheiße! Jetzt habe ich den Link da reingepostet! Ich bin so ein Dulli manchmal! Ist auch egal! Ja, ich... Ich lösche den mal schnell wieder, ne? Also, lassen wir mal raus! Freunde, macht mal ein bisschen Lärm! Ich finde eine gute Tat am Tag! Es kostet euch nichts! Würde ich mich sehr freuen! Bitte! Es sind noch nicht so viele da, wie wir eigentlich gedacht haben! Es haben sich echt noch nicht so viele die Mühe gemacht, das auszuchecken! Ich würde mich einfach freuen! Danke, dass ihr dabei wart! Das war heute ein toller Stream! Dickes Küsschen! Dann... Dano... Out! Tja! 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 Tja!